Gibt es eigentlich noch so Weihnachts-Selsen? Irgendwie so Weihnachts-Shows. Ich bin auch immer am überlegen, ob es die je mal gegeben hat. Ist dir was aufgefallen in letzter Zeit? Gibt es das noch? Ich meine, ich gucke halt wirklich kein Fernsehen mehr. Ich weiß gar nichts. Eigentlich auch nicht. Okay, das ist dann gut. Dann frage ich einen richtigen. Wobei ich interessant finde, also ich habe so ein bisschen jetzt auch für die letzten zwei Wochen so Fernsehprogramm vorgeblättert und mal geguckt, ob ich irgendwas gefunden habe. Aber irgendwie waren es halt zwei Sachen. Das war es dann. Aber mir ist aufgefallen, dass die Jahresrückblicke eigentlich alle schon vor Weihnachten kommen oder zumindest ein guter Teil davon. Und das fand ich dann auch interessant, dass man die schon so weit im Dezember dann drin hat und nicht erst irgendwie zwei Tage vor Silvester. Ja, das ist, warum eigentlich? Eigentlich sollte das auch wirklich ganz, war das nicht immer ganz zum Schluss? Ich glaube, es gibt solche und solche. Aber wahrscheinlich konkurrieren die sonst zu stark. Zwei Tage vor Silvester ist einfach in jedem Fernsehkanal und jede Uhrzeit irgendwie so eine Review vom Jahr. Ja, gut, das stelle ich mir dann auch ein bisschen blöd vor. Wenn du einige sehen hast, willst du wahrscheinlich nicht noch drei andere angucken. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, was dir auch aufgefallen ist? Oder beziehungsweise nicht aufgefallen ist? Nein. Dass wir schon aufnehmen. Hallo. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Das ist gut. Aber ich war mir auch nicht sicher, ob du es dann wegschneidest oder ob das einfach ist. Nein, nein, nein. Wir schneiden nichts weg. Das wäre ja Arbeit. Hallo, guten Tag, werte Gäste der Besomanga. Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer weiteren oder zur letzten tatsächlich grande Finale von Itzidate Maisanta. Entschuldigung, jetzt zeige ich erst. Verdammt. Itzidate My Podcast natürlich. Das andere hat überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun. Wir, der Weihnachtspodcast neigt sich dem Ende und ein letztes Mal, heute am vierten Advent sozusagen, habe ich den letzten, guess the last but definitely not least, den guten Fikti Mundi eingeladen. Hallo. Und wir sprechen heute wieder, so wie gewohnt, über Weihnachten. Ich habe immer noch die gleichen Fragen, aber das habe ich ja schon öfter festgestellt jetzt in dem Podcast, das hat rein gar nichts zu sagen, denn jeder hat irgendwie doch eine leicht andere Auffassung oder Wahrnehmung, was Weihnachten betrifft. Und wir hatten jetzt schon viele Meinungen, die von Liebe bis Standard, bis brauche ich nicht wirklich, aber mache ich irgendwie halt doch, irgendwie alles dabei ist. So einen richtigen Scrooge hatten wir nicht. Ich denke, den werden wir auch nicht kriegen. Weil ich schätze dich auch mal ein, dass du jetzt nicht durch die Gegend rennst und Leute hasst, die Weihnachten feiern. Ich würde dich mal so einschätzen, dass du das nicht tust. Es sei denn, du willst was offenbaren jetzt hier in dem Podcast, dann kannst du es tun. Nein, ich bin kein Cringe. Kein Cringe, ja. Cringe Scrooge. Gibt es da eigentlich noch eine Figur, die du Weihnachten hast? Das sind die zwei bekanntesten, oder? Ja. Wobei ich nachher über was rede vielleicht. Oder jetzt gleich. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Raymond Briggs. Der ist so ein ... Eigentlich war der mal Schriftsteller, hat es dann gelassen und ist ins Comiczeichnen übergegangen, was dann auch nicht so funktioniert hat und hat dann Kinderbücher geschrieben, die illustriert waren, weil das irgendwie der wenigste Aufwand war und das beste Ergebnis so für ihn. Und ich glaube, seine bekannteste Figur ist The Snowman, der auch unter anderem für die Ironproof-Werbung sehr urwurmt, prächtig bekannt sein könnte. Ich weiß nicht, ob die Leute das hier kennen. Im Englischsprachenraum auf jeden Fall. Und der hat Father Christmas geschaffen und Father Christmas macht Urlaub oder irgendwie sowas. Zwei Bücher und die wurden dann auch adaptiert als so eine 25-minütige Weihnachtsspezialfolge. Eigentlich ganz gute Animation. Aber auf jeden Fall, in diesem ersten Father Christmas-Ding stand bei mir in der Kindheit auch im Buchregal rum. und dieser Weihnachtsmann flucht die ganze Zeit über seinen stressigsten, also du siehst halt quasi nur den 24. Dezember und er steht auf und plagt sich und kann dann nachher ins Bett gehen und erschöpft und ist froh, dass er halt diesen arbeitsreichen Tag hinter sich gebracht hat. Und der ist auch so, also in der deutschen Übersetzung ist dann immer verflixte Weihnachten und ich glaube im Englischen ist dann Blumy Christmas, aber ja. Blumy. Aber wobei ich da nicht... Fucking stehen. Ich bin mir nicht sicher, wie es im Kinderbuch ist, aber in dem Animationsfilm ist auf jeden Fall Blumy Christmas. Die werden in den Kinderbüchern wahrscheinlich nicht Kraftausdrücke benutzen. Da sind die, ich glaube gerade die Amerikaner werden das nicht tun. Wobei der Englisch ist. Interessant, die kann ich gar nicht. Ach so, ja, okay. Also das ist echt das, irgendwie so ein gemütlich rundes Ding. Das finde ich an diesem Animationsfilm ein bisschen schade. Da haben sie beide Geschichten so zusammengeworfen und kommt erst quasi der Sommerurlaub und dann der Winter. Aber ich finde diese Winter-Separat-Geschichte halt eigentlich am besten. So auch wahrscheinlich, weil die nostalgiemäßig voll verklärt ist. Aber die hat auf jeden Fall so einen Platz in meinem Herzen. Genau wie dieser leckere Schokoscheite, den ich gerade trinke. Ein was? Ein Schoko? Chai-Tee. Ah, das ist, das fand ich schon immer, ist das nur ein Aroma oder ist das tatsächlich Schokolade? Doch, doch, da sind auch so ein paar Schokoladenstücke drin. Das finde ich so eklig, aber gleichzeitig faszinierend. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert, deswegen, das ist nur in meinem Kopf, mein Kopf sagt mir so, Tee und Schokolade, das ist irgendwie seltsam. Aber das ist halt keine, also das ist nicht so, wie wenn du dir eine heiße Schokolade machst, dass es quasi Schokolade ist mit bisschen Gewürz, sondern das ist eigentlich, ist das halt so Zimt, Kardamon, Ingwerstückchen und so und da ein bisschen Schokolade drin. Also weiß nur so als, als dezente Note. Ja, aber da gibt es auch, jede Firma schmeckt anders und dementsprechend muss man sich da ja dann die raussuchen, die halt einem am meisten nahe kommt. Weihnachtstheel ist ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß, das hast du jetzt einfach so angesprochen, weil das ist ja vorher irgendwie überhaupt nichts auf mehr so Manger beim Twitter-Kanal oder so passiert jetzt gerade eben. Aber ich muss es kurz ansprechen für die Leute, die natürlich kein Twitter haben und so weiter da draußen. Ich habe was heute entdeckt. Das hat ein Stück weit, zum Glück haben wir heute nicht Ende Dezember, sondern erst so knapp Mitte, also nicht möglich, aber wir gehen auf die Mitte erst zu. Das heißt, ich habe noch jede Menge Zeit, mir das zu holen. Mir wurde gesagt, Teekanne. Also das ist jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, kenne ich mich im T-Bereich nicht so intensiv aus, weil da gibt es ja bestimmt Produkte oder Marken, wo man sagt, ah, die sind billig und die soll man nicht und so weiter. Ich weiß nicht, ob Teekanne da dazugehört, aber... Das ist auf jeden Fall keine gehobene Segment. Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall. Aber mein Gott, ich habe jetzt vorhin die Teekanne Winterzeit probiert. Das ist das erste Mal, ich habe gar nicht gewusst, dass sie existiert. Und das hat, das ist ein aromatisierter Früchtetee mit, jetzt halte ich fest, Spekulatius-Aroma. Und ich liebe Spekulatius und allein schon der Teebeutel, oh, wenn man den riecht, oh, das ist, das ist, der riecht nach Weihnachten. Das ist einfach, der riecht komplett nach Weihnachten. Ich liebe es. Und ich habe den jetzt vorhin probiert und ich muss sagen, der schmeckt echt gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, manchmal sind es die simplen Dinge. Wahrscheinlich ist da gar nicht so viel dahinter, aber ich bin ja sowieso jemand, der eigentlich eher weniger was Besonderes haben will, sondern eher die schlichten Dinge was Essen und Trinken und so angeht, eher mag. Also, keine Ahnung, Beispiel, Pizza zum Beispiel. Da kann man natürlich alles Mögliche drauf machen. Der René hat es am liebsten, wenn es einfach nur ein leckerer Käse drauf ist und das reicht vollkommen. Also eine richtig gute Pizza Margherita und ich bin der glücklichste Pizzaesser auf der Welt in dem Moment. Auch wenn eine Salami toll ist, auch wenn Meeresfrüchte ganz cool ist, aber wenn ich die Auswahl habe, bin ich doch eher so der, auf, weiß nicht, bin ich nun mal Sicheresser oder so, ich weiß es nicht, aber ich genieße es einfach mehr, den Standard irgendwie zu essen. So das Minimalistischste irgendwie davon. Und damit am 4. Advent willkommen beim Essens-Podcast. Ja. Das wird noch so weitergehen. Ja, Essen ist wichtig, sonst stirbt man. Ja, also ich würde sagen, zwei Sachen. Einerseits geht es mir auch irgendwie so, aber andererseits bin ich doch sehr wählerisch, aber nicht, was die, quasi die individuellen Variationen angeht, sondern eher, was die Zutaten angeht. Also deswegen, mir wäre eigentlich, glaube ich, nicht so wichtig, dann was auf der Pizza drauf ist, sondern was für Qualität die jeweiligen Sachen haben und wie gut die Person, die das dann gemacht hat, das machen kann. Okay. Ja gut, klar, ich weiß nicht, ich finde, Teekanne wird jetzt nicht das Ultimative sein, aber ich sage es. Ja, da würdest du mich wahrscheinlich nicht kriegen, weil es aromatisiert ist und die mir meistens auch nicht so schmecken. Aber vielleicht gibt es irgendwie da draußen, wenn ihr eine Ahnung habt, ob es irgendwas mit Spekulatius gibt, was nicht von Teekanne ist und auch super lecker ist, dann gerne mir schreiben, weil ausprobieren will ich das nämlich auf jeden Fall. Das spricht mich total an. Das passt halt auch wunderschön zu Weihnachten und ja, wie gesagt, Spekulatius beziehungsweise Zimt, das ist einfach, das riecht nach Weihnachten für mich so. Das ist der ultimative Weihnachtsgeruch. Darf ich bei den Spekulatius noch einhaken? Ja. Für mich ist das auch irgendwo stark mit Weihnachten verbunden und auch mit Belgien, weil diesen Spekulos, den es halt in Belgien gibt, der hat seit, ich weiß nicht, bestimmt 200 Jahren hat das so Tradition zum Teil, also natürlich mittlerweile nicht mehr gemacht, aber früher hat man halt auch so quasi in so Holz geprägt, wie so diese Pizza, Wende, aber halt mit Revief, dass man da große Spekulatius gebacken hat, die dann auch so, keine Ahnung, Teller groß waren und die dann abgebrochen hat und das pünktlich dann auf dem 6. Dezember auf Nikolaus und von dem abgehend wurden die dann immer kleiner und so und diese Spekulos-Firma, ich glaube, Lotus ist auch, glaube ich, mit einer der bekanntesten belgischen Spekulatius-Dinger und da gibt es zum Beispiel auch so Spekulatius-Brotaufstrich und ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch in Deutschland gibt, aber in Belgien gab es das halt schon immer das ganze Jahr rund um diesen Spekulatius-Aufstrich und so und deswegen ist da immer für mich auch so eine Verknüpfung da, vor allem, weil in einer Klingt ein bisschen nach Magenschmerzen, aber es klingt auch lecker. Super lecker auf jeden Fall. Und in Brüssel ist eine so Waffel-Backstube und die haben halt auch noch diese alten Spekulatius-Dinger so aushängend und irgendwie erinnert mich das dann auch immer daran, vor allem sind die Waffeln da halt super lecker, aber egal. Also die Spekulatius, das sind aber, also nicht diese, also ich glaube, es gibt ja nochmal Unterschiede in Spekulatius, weil der Original Spekulatius, der ist ja weicher, glaube ich, das ist nicht so ein so ein ultrahartes Gebäck, wie du es jetzt in diesen kleinen Packungen beim Aldi oder so kriegst. Die sind ein bisschen weicher oder so und größer. Ja, ich glaube auch rezeptmäßig und so gibt es da einfach Unterschiede. Passt schon wie so eine Art Mini-Kuchen-Gebäck, also vom Teig her irgendwie. Habe ich das mal irgendwie mitgekriegt, aber ich habe es nie gesehen oder geschweige denn angerührt oder sowas, deswegen weiß ich es nicht. Du weißt es auch nicht. Also es gibt, also in Belgien gibt es auf jeden Fall so diese Entwicklung, die dann nachher hin zu diesen typischen Spekulatius führt, die man dann halt, wenn du irgendwo im Café irgendwie so Kaffee bestellst oder Tee manchmal dazu kriegst in so kleinen Plastikpackungen. Das ist dann so das Standardding, aber wenn du die zum Beispiel mit diesen Spekulatius, die eher so weißlich oder gelblich-weißlich sind, vergleichst, schmecken die ja auch nochmal anders und die haben dann meistens diese Spekulatius dann ja so Mandeln hinten drauf, nochmal so Plättchen. Ja, das ist dann halt objektiv eine falsche Entscheidung, das zu tun, aber Ja, aber ich glaube halt, da gibt es unterschiedliche Quellen, die da irgendwie herkommen. Oh Gott. Ja, gut, ist doch schon mal ein schöner Einstieg. Ich meine, wie gesagt, es hat ja was mit Weihnachten zu tun. Ich lasse alles zu, was mit Weihnachten zu tun hat und dann würde ich einfach mal sagen, ich hau mal eine Frage raus. Die Fragen dienen eigentlich nur so ein bisschen, um irgendwie auf dem Thema zu bleiben. Okay, dann stellst du die Frage, ich beantworte mit zwei Sätzen und dann rede ich über was ganz anderes. Okay. Das, genau, so machen wir das. Ich glaube, eine Frage, die ich dir immer gestellt habe, ich denke, die ist auch mit am wichtigsten. Und zwar hat die Weihnachtszeit für dich eine religiöse Bedeutung oder machst du da eigentlich so dein eigenes Ding draus? Beziehungsweise wie stehst du zu Weihnachten? Wäre vielleicht auch noch so eine Zusatzfrage, die man vielleicht zuerst klären sollte. Okay, sagen wir es so. Also, einerseits stehe ich dadurch, dass in meiner Familie einerseits ein Blumenladen da war, andererseits eine Gärtnerei zu diesem ganzen kommerzialistischen, kommerzmäßig Gedingsten irgendwie so, dass ich halt weder Tannenbäume noch Adventskränze oder dergleichen irgendwie besonders festlich finde, sondern für mich war das eher konnotiert mit Arbeit und Überfluss. Und deswegen ist es für mich nichts Besonderes. Also, in der Hinsicht bin ich dann nicht unbedingt irgendwie kitschig, romantisch oder so. Genau, aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht religiös bin, hat man bei mir in der Familie, zumindest in Deutschland, noch so das Christkind als Motiv gehabt. Andere hatten ja den Weihnachtsmann. Bei uns gab es eben das Christkind, das dann irgendwie, keine Ahnung, um 18 Uhr geklingelt hat und dann waren die Geschenke da und dann gab es Bescherung. Das war, glaube ich, das Hauptreligiöse-Dings. Und das, als meine Oma noch gelebt hatte, wir dann da auch zum Teil irgendwie Weihnachtslieder gesungen haben beziehungsweise irgendwelche anderen Verwandten auf der Flöte noch so Zeugs gespielt haben. Das war so. Oh Gott. Das ist sowas, wo ich mir immer denke, lass doch die Kinder einfach selber entscheiden. Also sie kriegen von mir aus eine Aufgabe, überleg dir was, was du an Weihnachten so machst. Oder krieg eine Hilfestellung oder sowas. Aber dieses, du hast eine Flöte, also spielst du jetzt Blockflöte, das finde ich so. Kein Kind, das eine Blockflöte hat, spielt die auch gerne. Zumindest nicht in dem Alter. Das ist einfach, das ist ein Gerücht, glaube ich. Ich glaube, ich kenne nicht eine Geschichte, wo jemand gesagt hat, ich habe damals als Kind leidenschaftlich Blockflöte gespielt. Ich glaube, Blockflöte ist das größte Ausstiegsmusikinstrument, was es gibt. Total. So hier, hey, wir wollen dir zeigen, wie schön Musik ist. Blockflöte, okay, ich hasse Musik an dem Punkt. Das ist halt echt so. Eigentlich sollte man mit einem anderen Instrument anfangen. Warum Blockflöte? Klar, es ist einfacher, aber es klingt auch schrecklich, wenn man es nicht kann. Auf jeden Fall, vor allem, wenn du es nicht kannst. Das geht ganz schnell in ganz schiefe Töne, ja. Genau. Das war sozusagen mein Leidensweg, was Blockflöte angeht. Ich habe mir selber den Tinnitus, den ich heute habe, wahrscheinlich verschafft, schon damals. Weil ich einfach keinen Ton getroffen habe. Und meine Eltern haben gesagt, ja, das ist gut gemacht. Nächstes Jahr kein Blockflöte. So war das zum Glück immerhin einmal und dann hat es gereicht. Bei uns war das richtig. Dann war es eigentlich nur noch Gedichte, tatsächlich. Ah ja. So großen. Und Gedichte, das geht klar. Dann sucht man sich das Kleinste raus. Am besten irgendwas dann von Erich Kästner. So was. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelernt habe. Ich weiß aber auch, dass ich es irgendwie einen Tag vorher gelernt habe. Das Kästner Gedicht, was ich im Kopf habe, ist, heute Kinder wird es nichts geben. Wer nicht hat, bekommt nichts geschenkt. Oder irgendwie. Ach so. Ach so. Sehr gutes Gedicht. Könnt ihr nachschlagen, wenn ihr irgendwie. Das klingt lustig. Kritischer Weihnachtsstimmung seid. Genau. Aber Christkind? Christkind ist eine gute Sache, weil, also bei uns war es ja so, dass wir, bei uns war alles dabei. Also wir haben so das volle Paket genommen. Wir haben den Coca-Cola-Weihnachtsmann gehabt. Wir haben den päpstlichen Nikolaus gehabt mit dem Knecht Ruprecht. Manchmal hat er existiert mal nicht, je nachdem, ob meine Eltern gerade dran gedacht haben. Und das Christkind war dann am 24. auch noch am Start. Also so wirklich so, es hat so gesehen halt wirklich null mit Religion zu tun gehabt bei uns. Auch wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel schon an Gott glaubt und mein Vater mittlerweile auch. Aber trotzdem war das damals nie so ein, das war nie so ein Zwangsthema. Und auch Kirche war mehr oder minder einfach nur wegen der schönen Atmosphäre. Halt für Kinder noch war das schon was Besonderes, sage ich mal. Also auch für mich. Das kann ich nicht leugnen. Nur ab einem gewissen Alter war es dann einfach so, ich kann keine Kirche mehr von innen sehen. Auch nicht an Heiligabend. Das war dann so, jo, wir haben es jetzt schon sechs, sieben Jahre gemacht, das reicht so nach dem Motto. Ja, ich glaube, als kleines Kind macht man das häufiger und dann verliert es sich irgendwann. Auch für die Eltern. Ich glaube, dieser Abend mit den Lichtern und dieses große Gebäude und dass die Erwachsenen da immer so, also dass das halt geplant ist und das so eine Wichtigkeit bekommt. Ich denke, das ist halt für Kinder in dem Alter schon was Besonderes. Das wirkt wie so ein, was Besonderes halt, ne? Und später, wenn du dann zum Beispiel Messdiener bist und du weißt, was da in der Bühne abläuft und so, dann verliert es ganz schnell die Magie. Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, was du halt für eine Kirche hast. Weil ich war vor ein paar Jahren auch im Berliner Dom mal und der sieht halt schon an sich pompös aus und sonst kommst du eigentlich auch nicht rein, wenn du keinen Eintritt zahlst. Aber halt an Weihnachten und ich glaube, weiß nicht, an Ostern, glaube ich auch, kannst du halt so diese Messen und Veranstaltungen und allein architektonisch ist der halt schon so ansprechend, dass das schon so einfach irgendwie stark wirkt. Das ist klar, das ist riesig, das Ding. Wird es dann quasi über Leinwände oder so aufgenommen und übertragen? Aber ich glaube, an Weihnachten gibt es irgendwie so sieben oder acht Gottesdienste pro Tag und das dann über zwei, drei Tage. Aber es ist ja so riesig, wenn die da vorne irgendwas stehen. Nee, so groß ist das immer nicht. Der ist so gebaut, dass du das gut siehst. Also der ist schon klein und verwinkelt. Also er ist groß, aber er ist so verwinkelt, dass der Blick eigentlich immer gut ins Zentrum kommt. Okay, da haben sie also schon vorher drauf geachtet, dass das so auch für die Zukunft funktioniert. Ich glaube, man sagt, das ist die katholischste, nee, das ist die protestantischste Kirche mit der katholischsten Architektur. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Jetzt muss ich mal so drüber nachdenken. Erinnert dann doch eigentlich an unsere Kirche, nur halt eben größer. Also alles ein bisschen größer. Aber so vom Aufbau her, ja, stimmt. Das ist eigentlich recht untypisch. Ist mir noch nie aufgefallen. So, hier lernt man ja was, ne? Ja, aber zurück zum Christkind. Wie gesagt, wir haben halt alles mitgenommen so. Das hat halt manchmal was Christliches gehabt, was Religiöses und manchmal halt auch nicht. Und für die Kinder war das halt alles geil irgendwie. Christkind war geil, Nikolaus war geil, Knecht Ruprecht war nicht so geil. Also wenn er böse war, wenn er gut war, war er auch okay. Und dann halt der Weihnachtsmann, den gibt es halt auch noch. Das ist halt alles so irgendwie, war cool. Als Kind war das einfach schön. Aber wie war das bei dir? Hast du dem Christkind auch einen Christ, also es heißt zwar Christkind, aber hast du das mit Glauben verbunden? Ja, wie schon angedeutet, eigentlich nicht wirklich. Also mir war es schon relativ klar. Aber ich bin auch atheistisch aufgewachsen und dementsprechend. Oh! Oder halt nicht unbedingt atheistisch, aber ja, meine Eltern waren jetzt nicht so dahinterher, dass wir irgendwie viel Kirche und deswegen war ab und zu mal und man hat Religionsunterricht und so, aber nicht wirklich irgendwie stark religiös geprägt. Das war bei mir eher die Großeltern-Generation, die dann wirklich gläubig war und dann auch eher in die Kirche gegangen ist. Und bei mir ist dann ja auch noch so, dass durch das Belgische und durch das Deutsche in dem Fall Protestantismus und Katholizismus zusammengetroffen sind und ich dann halt auch beides hatte und dann ist es halt auch, dann gibt es nicht dieses eine Ultima, weil halt beide Religionen dann irgendwie in ihrem Kirchlichtprozedere auch anders funktionieren. Aber ja, ihr hattet zum Beispiel in der Folge du mit Flo und Hendrik auch über dieses ganze Geschenk und man, je älter man wird, desto weniger bekommt man gefühlt und desto mehr muss man hergeben. Ja, das trägt natürlich dann auch nicht dazu bei, dass man wirklich so Lust auf diese Seite hat. Das stimmt. Ja, das ist, ja, wie gesagt, da muss man sich ein Stück weit ein bisschen die Magie noch beibehalten und halt sagen, ich schenke nicht, um quasi einen Gegenwert zu bekommen oder so, sondern man schenkt, um ein Zeichen zu setzen. Zum Beispiel einfach, um mal Danke zu sagen für die Freundschaft über das Jahr. Also so sehe ich das halt persönlich. Klar könnte man das auch sonst wo machen und das ist natürlich auch mit sowas wie Valentinstag oder so das auch immer vorgeworfen und ich verstehe den Kritikpunkt an sich schon. Ich finde aber irgendwo, ich, ich finde es nicht so schlimm, wie es andere immer tun. Also auch Valentinstag, weil ich finde irgendwie ist das, also wenn man sich jetzt so in die, in die Sicht zum Beispiel eben halt von der Freundin versetzt zum Beispiel, ja, oder von der Partnerin, das muss ja auch irgendwie, auch wenn sie vielleicht in der Partnerschaft aus Liebe oder was auch immer sagt, ja, nee, das brauchen wir an Valentinstag nicht, das ist Quatsch und so, ist es trotzdem doch dann irgendwie, glaube ich, recht schade, wenn man an dem Tag oder an dem Tag darauf oder an dem Wochenende mit anderen Freundinnen sich so austauscht und jeder hat einen sehr, sehr schönen Valentinstag gehabt mit wunderschönen, bedachten Geschenken, voller Liebe und so weiter und man selbst steht dann doch irgendwie leer da. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn halt nun mal die Gesellschaft das alle an dem gleichen Tag machen, dann ist das halt so ein Ding, wo man sich halt auch austauscht und ich finde, das ist immer, wie erkläre ich das? Das ist wie, wenn man heute, also wenn die fast die halbe Schule Smartphones hat und nur dein Kind nicht, ne? Das ist, geht halt nicht. Also, du kannst es machen, aber du wirst sehen, dass du Nachteile daraus ziehst, auch vielleicht seelische und das ist meiner Ansicht nach gar nicht mal so geil. Deswegen finde ich das Todesargument, dass man sagt, dass man an diesen Tagen, so wie Weihnachten halt auch, sich nichts schenkt, weil man kann das ja auch unterm Jahr machen. So, ja, natürlich kann man das und man kann aber auch zusätzlich, zusätzlich auch an Heiligabend jemandem was schenken. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich glaube, es kommt auch elementar darauf an, wie alt du bist. Also klar, wenn du in der Schule oder so bist, dann wirkt sowas wahrscheinlich einfach nochmal viel Mobbing-Potenzial, ne? Nein, aber auch einfach bedeutender, als wenn du jetzt, keine Ahnung, wir so mit 30, dich juckt es nicht mehr und wahrscheinlich mit 70 auch nicht mehr. Also für mich auf jeden Fall war es ein bisschen. Ja, aber du sagst das jetzt halt auch aus einer Männersicht, das verstehe ich schon. Mir ist das auch persönlich egal. Also ich weiß auf jeden Fall, in meiner Beziehung ist es so, dass wir uns an diesen Tagen eigentlich nicht wirklich was schenken, sondern eher, wenn dann tatsächlich unterm Jahr oder halt immer, wenn du irgendwas findest. Natürlich ab und zu mal schenkt man sich was, aber irgendwie so Jahrestag oder dergleichen gibt es bei mir eigentlich nicht. Ja, ich meine, wie gesagt, das hat ja auch nie was mit, also nicht mit, alle über einen Kammscheren zu tun, ne? Es ist nur, es kann nur eine Seite sein. Und ich sag nicht, dass es Beziehungen gibt, die das nicht irgendwie regeln oder auch je nachdem, wenn man älter wird, das ist vielleicht dann auch nicht mehr egal. wie du tickst und wie die andere Person tickt und ob das irgendwie harmoniert oder so und dann, wenn nicht, ist es halt gut, einen Kompromiss zu finden oder sich irgendwie auf den anderen einzustimmen, klar. Ja, dass man sagt, ich kriege nichts, aber dafür kriegst du was an dem Tag. Können wir es so machen, dann sparen wir wenigstens Geld. Mir ist noch ein Weihnachtshasser eingefallen. Ein Weihnachtshasser? Ja, von Walter Mörs gibt es Weihnachten auf der Lindwurm-Feste. Walter Mörs ist hier derjenige, der auch Kip Blaubeer gemacht hat, ne? Genau. Oder? Ja. Ein kleiner Arschloch, aber ja. Ein kleiner Arschloch, ja. Na ja, nachdem ich jetzt ja auch über ihn irgendwie drei Blog-Einträge veröffentlicht habe, beziehungsweise über seine Literatur und Sammonien, kann ich das hier jetzt nochmal erwähnen. Und da ist halt eine seiner fiktiven Autorfiguren, Hildegunst von Mythenmetz. Ich glaube, das Buch kam letztes Jahr raus oder vorletztes Jahr? Wow. Nee, 2018. Der lebt noch? Ja, ja. Der ist auch eigentlich noch fleißig am Schreiben. Also 2018 kam das Ding raus und da geht es halt eigentlich darum, dass diese fiktive Autorfigur motzend durch die Stadt zieht und alle Traditionen und was auch immer schlecht redet. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, wenn man Weihnachten nicht mag, ist das auch eine gute Nektärin. Probier mal deinen Router neu zu starten oder sowas. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Internet bei dir gerade Probleme macht. Irgendwie, ja, aber irgendwie zeigt es mir auch an, dass es gut läuft. Keine Ahnung. Ja. Das ist seltsam. Gucken wir. Also ich hatte gesagt, ritualmäßig, bisschen was ich weiß, gar nicht, dass ich Terry Bradshed's Hogfather seit Jahren ab und zu mal immer wieder angucke. Das sind als DVDs zwei Stück mit 180 Minuten Lauflänge und, oder ich lese das Buch. So, das hat sich irgendwie so alle zwei, drei Jahre bei mir eingependelt, so als kleines Ritual. Und sonst würde ich sagen, dass es tatsächlich Richtung Essen geht. Früher habe ich mal so Weihnachtsbralinen und so Zeugs selber gemacht, eine Weile, aber das war ganz schön Aufwand. So irgendwie Haufen an Schokoladen und Rezepten. Das ist ja Arbeit, Igitt. Und so die letzten drei Jahre habe ich angefangen Plum Pudding, also Christmas Pudding zu machen. Weißt du, was das ist? Plum ist Pflaume? Ja, die kommen so ein bisschen da raus. Also das ist so, du hast eigentlich, das ist so eine Art im Wasserbad gekochter Kuchen. Also, und ich habe angefangen, so ein Guinness Pudding mit Whisky Soße und Vanilleeis zu machen und den dann zu verfeinern und dann sind da Sultanin, Russin, ich habe jetzt auch Tatteln und Feigen rein und so und Ei und Brot, Krümel, Zucker und eben halt auch Guinness und Whisky. Ja, also die Frage ist, die Frage, die ich mir stelle, ist, was hast du nicht rein? Ja, also in England ist das, glaube ich, früher war das salzig und hat sich hin zu so einer Süßspeise entwickelt, aber ich habe auch schon gescherzt, wenn ich mal jemanden aus Versehen umbringe, dann damit, weil es einfach so kalorienreich ist. Es klingt auch, in meinem Kopf ergibt sich auch überhaupt kein Bild. Du hast angefangen, du hast angefangen mit den Zutaten, dann dachte ich, ja, ja, okay, verloren, verloren. Krissu einfach mal nach Christmas Pudding, dann siehst du das und ich hatte, glaube ich, vor vier Jahren oder so mal einen selber eingekauft und dachte, so schwer ist das auch nicht, jetzt packe ich die selber aber es ist halt so wummig, dann, dass du, ich weiß nicht, du kannst halt dann davon auch nicht so viel essen. Ich habe im September mal nochmal am Rezept rumgearbeitet und probiert, aber ich wusste, dass wenn ich es nicht im September mache, ich im Dezember nicht nochmal das machen kann, weil ich es dann einfach, der Abstand dazwischen ist einfach zu kurz, sonst für dieses kalorienreiche Gericht. das ist so ein bisschen Tradition und was Wie heißt das dann? Plum? Machst du Christmas Pudding? Das ist eigentlich das gleiche. Das heißt Christmas Pudding? Ja. Warum habe ich davon noch nie gehört? Ich weiß nicht. Aber es klingt auch so wie, ach, wie nennen wir das Ding? Ja, wir machen das an Weihnachten, das Pudding. Also ich glaube, früher ist es Plum Pudding gewesen, aber irgendwie hat sich Christmas Pudding halt durchgesetzt. Ja. Es gibt auch einen kurzen Herkü Paro von Agatha Christie über den Tod durch den Christmas Pudding. Uh. Ja. Ja, der sieht auch ein bisschen aus, als würde er den Tod bringen. Zumindest auf dem einen Bild sieht das aus, als wie, das ist ein, das sieht aus wie Teer in Puddingform. Ja, die zünden den dann zum Teil halt auch an, weil du dann so Alkohol drüber gießt noch und den dann anzündest. Hat er noch so eine graue Farbe irgendwie, zumindestens der Haupt-Christmas-Pudding, den ich jetzt hier gerade sehe. Gibt's auch noch in braun, okay. Also er sieht auch noch nach was anderem aus, was ich nicht näher beleuchten möchte, aber okay. Super lecker auf jeden Fall. Ja, gut, er sieht sehr mächtig aus. Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, ein Kuchen, der deinen Magen dominiert und je nach Situation wahrscheinlich, entweder hast du einen fantastischen Weihnachtsabend oder es wird der Schlimmste deines Lebens. Ja, das ist dann halt so die letzte Speise, die dich dann wahrscheinlich ohnmächtig ins Bett haut, so normalerweise. vor allem die letzte Speise, ich glaube, ich würde davon nicht ein bis drunter kriegen, wenn es die letzte Speise ist. Ich habe immer gedacht, dass man so Süßspeisen am Ende isst, aber ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass es Süßspeisen, also so Dessert gibt, die eigentlich nicht, Hauptspeise sind. Ja, ja, genau, die eigentlich nicht mal eine Suppe vorher einfach, oder Salat, einfach nur direkt das und das war's. Und ich glaube, der Christmas-Pudding-Körner dazu, der isst alles zusammen. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Aber interessant, Und ich glaube, vor, da haben wir auch schon Essen, ne? Letztes Jahr haben wir da das angefangen und wollten es dieses Jahr auch nochmal machen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr so tagesbezogen irgendwie einen Nachtisch oder ein Dessert so kuchenmäßig und ein Hauptgericht aus irgendeinem Land machen und dann vielleicht noch einen Film dazu gucken, weil halt du zwischen Weihnachten und Neujahr hast du Zeit zu kochen, so und dann dieses Jahr wird es irgendwie was Schwedisches und was Irisches geben und mal gucken, was noch alles, vielleicht noch was Französisches. Ja, es ist richtig geil dieses Jahr. Es ist fast so, als hätte man Wochenende verrückt. Es ist dieses Jahr sehr deprimierend, wenn du danach keine Urlaubstage hast. Es ist halt einfach nur ein Wochenende. Das ist dieses Jahr sehr, sehr deprimierend für mich persönlich. Ja, das ist natürlich doof. Ich habe zwei Wochen frei, das ist dann schon besser. Das ist fantastisch, ja. Sehr beneidenswert. Ja, lass uns doch der Christmas Pudding, der wird auf jeden Fall schon mal das Thumbnail zieren. Das ist schon mal sicher. Aber das nehmt bitte ein schmackhaft aussehen. Ja, ich nehme den Teer-Pudding natürlich. So, was haben wir denn dann doch? Oh ja, Adventskalender. Ja, nein, oder hattest du auch schon mal einen Adventskalender, wo kein Schrullade drin war? Also, ich habe auf jeden Fall die letzten paar Jahre keinen, wobei es stimmt gar nicht. Ich hatte zeitweise immer so Tee-Kalender, wobei die irgendwie dazu führen, dass man halt irgendwie immer bestimmte Sorten, die man nicht mag, als Reste dann in irgendwelchen Dosen rumstehen hat und die sich ansammeln. Genau. Sonst? Gut, jeden Tag ein Zimttee oder sowas wäre halt auch lame, weil dann brauchst du keine Kalender für. Oh, heute Zimttee. Wie gestern und vorgestern. Ja, früher hatte ich schon auf jeden Fall Adventskalender, wobei zum Teil meine Mutter dann auch meinte, die mit praktischen Sachen befüllen zu müssen und dann hatte ich keine Ahnung, hast du mal irgendwie ein Schifte und so Zeugs gekriegt? Wir haben jetzt insgesamt vier Podcasts darüber gehalten und es ist lustig, was ist es mit Eltern, was ist es vor allem mit Mütter, die ihren Kindern Geschenkpaket Weihnachts- Adventskalender machen wollen. Was war das? War das damals irgendwie, war das ein Trend bei den Müttern, der umhergegangen ist oder oder haben wir einfach die besten Mütter der Welt? So, es ist es ist so süß, ich finde das so unfassbar niedlich, wie viel da steckt ja auch so viel Arbeit drin, dass alle 24 Dinger zu verpacken, meine Mutter hat dann ja auch noch so eine Art, also so ein Nagel in die Wand gemacht oder so was, so zwei Stück und die dann quasi an so einem Faden oder so einem Seil oder so dann quasi aufgehängt jeweils auch noch, ne, das ist ja, wenn man mal überlegt, das ist so eine Arbeit und dann auch noch zu überlegen, was da überall alles reinkommt, klar kann man natürlich auch da mal so ein bisschen so, ja, jetzt, da war jetzt nicht in jedem Tag irgendwie was ultra teures oder krasses drin, da war halt auch mal lineal für die Schule drin, wo man sich gedacht hat, so, ja, lineal für die Schule halt, ne, aber es war halt trotzdem was Besonderes, weil deine Mutter das gemacht hat, ne, es war dann doch, auch wenn es nur ein dämliches, also, ein dämliches Lineal war, wovon du vielleicht schon eins hattest, aber es war halt im Adventskalender drin und deswegen automatisch das bessere Lineal in dem Moment, also das war dann halt, das war dann halt so und ich finde das so lustig, wenn du dir jetzt jetzt auch sagst, dass seine Mutter auch echte Geschenke quasi befüllt hat, ne, aber ich bin mir nicht sicher, also ich würde nicht sagen, dass das ein Generationsding ist, sondern ich würde sagen, es ist ein Zeitpunktteil, weil, wenn du, wenn ich zurückdenke, war früher halt auch noch so, dass du zum Beispiel, wenn du zum Metzger gegangen bist, du ja auch noch so die Sachen direkt in die, ähm, Plastikdose, die du mitgebracht hast, zum Beispiel reinmachen konntest und so und es gab auch zu der Zeit auf jeden Fall, als ich Kind war oder deutlich jünger, äh, wie viel Kind ich jetzt noch bin, äh, äh, hängt von der Situation ab, ähm, genau, da gab es auf jeden Fall so Sachen, die du an die Wand hängen konntest, so zum Beispiel in Tannenbaumform und dann waren da schon so, dass du zum Beispiel irgendwelche Schokoriegel oder so reinstecken konntest und ich glaube einfach, dass diese Liefer- und Bedienmentalität, die so die letzten 10, 15 Jahre deutlich stärker um sich greift, auch dazu führt, dass du halt jetzt fertige Adventskalender kaufst, weil warum nicht, gibt es ja und das ist, glaube ich, je weiter du zurückgehst, desto weniger wurde die Arbeit, die man reingesteckt hat in so Sachen wertgeschätzt und dadurch, also jetzt ist so, du machst was und dadurch ist es ein Riesenaufwand, weil du halt alles bequem haben kannst und ich glaube, früher war einfach so, dass man schnell mal was gemacht hat, weil es dann einfach und günstiger war und ich glaube, das kippt halt oder ist stark gekippt, mindestens seit den 2000ern. Also du meinst, deine Mutter hatte dich nicht lieb, sondern hat es einfach nur gemacht, weil es günstiger war. Nein, natürlich musst du auch den Wunsch haben, Adventskalender zu machen, aber nur, weil du meinst, dass es bei uns allen so war, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so ein Zeitpunktphänomen. Ja, ich fand es nur interessant, weil damals war ich in der Schulklasse eigentlich so ziemlich das einzige Kind, was das hatte. Tatsächlich. Tatsächlich. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern und das war ein bisschen unangenehm. Also unangenehm für die anderen Eltern, sodass die dann stellenweise doch so eine Art Ausrede dann gemacht haben, so irgendwie die letzten, ich weiß nicht, vier, fünf Tage gab es dann auch irgendwie so ein Minipäckchen oder sowas und haben sie sich auch irgendwie gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen oder so. Ich weiß nicht, wie Elternmentalität ist. ich war noch kein Elternteil, aber ja, das fand ich dann doch irgendwie witzig schon als Kind, dass die anderen Eltern sich dann bemüht haben, nachdem ich das in der Klasse gesagt habe. Wobei ich auch als Kind war ich ein sehr, sehr, sehr ruhiges Kind. Das glaubt man nicht. Sehr, sehr introvertiert und so. Und ich habe eigentlich nur auf die Frage hin, ob ihr einen Adventskalender habt, habe ich gesagt, ja, und heute war ein Lineal drin oder sowas, habe ich gesagt, oder mein Heft drin oder sowas. Und dann wurde ich von der Lehrerin ausgefragt und dann habe ich halt erklärt, was das für ein Adventskalender ist. Das weiß ich noch. Und dann hieß es, was, wir haben eine Schokolade und da gab es einen kleinen Aufruhr. Oh, das ist ja voll cool. Und irgendwie ist mir das enorm hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, was waren das für eine, was waren das, dürften das gewesen sein? Dritte Klasse? Vielleicht? Du weißt es besser als ich, ja. Vierte, so, vielleicht auch zweite, irgendwie so in dem Dreh. Erste war es noch nicht. Ähm, das war auf jeden Fall irgendwie interessant. Und wie gesagt, jetzt höre ich halt von jedem, halt, original halt jeden. Ich hätte, ich habe jetzt wirklich jetzt natürlich nicht random hier die Leute eingeladen, sondern nur Leute, wo ich weiß, dass ich mit denen arbeiten kann, ja. Ähm, und irgendwie, es kann doch einfach nicht sein, dass bei euch alle die Mütter das gemacht haben. Das ist doch verrückt. Wobei ich mich daran erinnere, dass ich bei Freunden so ähnlich war, bei einigen. Also ich weiß nicht, ob es bei allen war, aber auf jeden Fall zwei, drei kommen mir gerade in den Sinn, auf jeden Fall, bei denen ich mich auch erinnere. es werden sicherlich ein paar gewesen sein, weil es ist so, so zufällig kann es einfach sein. Es ist einfach eine schlechte Klasse oder Eltern ohne Zeit damals schon. Total Raben-Eltern in der Klasse gehabt damals schon, ne? Ja, weil es ist vielleicht auch einfach schwieriger Wohnungsmarkt bei euch und alle müssen doppelt arbeiten und waren schon weiter als alleinerziehende Mütter. Ja, hattest du, aber was ich natürlich auch hatte, ich glaube, das hatte ich gar nicht erzählt, das passt dann ganz gut, ich erzähl mal was Neues. Ich hatte tatsächlich als Kind keinen Schokoladenkalender, relativ lange nicht, auch persönlich, auch weil es mich gar nicht so interessiert hat, weil ich als Kind schon nicht so wirklich der Schokoladentyp war. Ich hatte meine Süßigkeiten, die ich mochte, als Kind habe ich Bonbons und so halt geliebt, aber ich war nie so der enorme Schokoladentyp. Das war als Kind auch nie so, mochte ich natürlich, konnte ich essen, aber war jetzt nie so richtig meins, ne? Und deswegen, also ich glaube nicht nur deswegen, sondern einfach auch, weil es die Eltern auch ein Stück weit aus der Kindheit gewohnt waren, habe ich zu Beginn auf jeden Fall Adventskalender bekommen, die nur Bilder drin hatten. Nur Bilder. Hattest du das auch? Nee. Ich kenne es, aber ich hatte es nicht. Da hast du aber was verpasst, du. Das war in jedem, hinter jedem Türchen war so ein JPEG, ne? Das war ganz groß, richtig groß. Das ist halt, insofern, ich muss sagen, ich finde die Idee ja nicht schlecht, wenn man seinen Kindern zum Beispiel jetzt nicht unbedingt gleich von Anfang an mit Süßigkeiten vollpumpen will, dass man diese Bilder Adventskalender nutzt. Ich weiß nicht, ob die heutzutage noch funktionieren würden oder ob es da schon in den kleinsten Kinderstuben Rebellion ansetzen würde, das weiß ich nicht. Aber ich war nur immer irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil die Bilder, die dahinter sind, die sind halt lame. Die sind halt, die sind so unfassbar. Das ist, wenn du Teddybär oder Stern in Google Bilder eingibst. Das ist so ziemlich das, was du da, also gezeichnet dann halt, das ist genau das, was du kriegst. Du kriegst halt so einen weißen Hintergrund immer und dann einfach irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat. Teddybär, wie gesagt, ich weiß, wie es aussieht. Nur das vielleicht auch Jüngere, die das vielleicht heute nicht mehr kennen, weil es ist eigentlich fast schon, ich weiß nicht, ob man das heute noch kaufen sollte, ehrlich gesagt, weil das ist einfach die pure Enttäuschung irgendwo. Ich habe immer, damals fand ich es halt immer cool, weil das so ein Ritual war und ich mochte dann halt doch schon das eine oder andere Bild, aber halt ein Jahr später war mir schon bewusst, dass das Crap ist. Das ist halt echt super enttäuschend und das sind nicht mal schöne Bilder, das sind halt einfach nur, das ist halt ein Bild von irgendwas und das ist hinten dran. Das ist halt auch so, hätte man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe geben können? Ich habe dieses Jahr was gesehen, du kannst es so aufklappen, dann ist es so viereckig und dann kannst du eine Kerze reinstellen und wenn du das dann aufmachst, dann ist es so transparent und dann hast du quasi durch den Kerzenschein siehst du das dann nochmal rausgeworfen, dieses transparente, gezeichnete Bild. Das finde ich dann irgendwie noch. Okay, ja, da steckt ja schon wieder ein bisschen mehr Motivation dahinter, ne? Ja. Das weiß ich dann schon wieder zu schätzen. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich unbedingt mein Kind mit einer Kerze und einem Adventskalender alleine im Raum lassen will. Ich glaube, das ist dann auch eher für die größeren Kinder. Also so über 40. Ach so, also du meinst, ja okay, ist ja so so Nostalgie, ja, Deswegen existiert ja auch noch die Windel-Adventskalender, ne? wo mit diesen sehr alten klassischen Bildern, ich glaube nur aus dem Grund, weil sich Leute, also Erwachsene das kaufen, weil es sehr nostalgisch ist, weil sie es ihren Eltern, äh, ihren Eltern, ihren Kindern kaufen, ähm, weil sie das halt sehr nostalgisch finden und dann sagen, ich fand das damals cool, du musst, du findest es sicherlich auch cool. Meistens nicht der Fall. Ich weiß es mittlerweile ein bisschen mehr wert zu schätzen, weil es dann doch schon ne Nostalgie für mich hat, obwohl ich die nicht, eigentlich nicht hab. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Nein. Das ist, okay, aber wie erklär ich das? Es gibt manchmal so, bei so Videospielen oder auch bei Musik oder sowas, gerade so was auch Unterhaltung angeht, ähm, oft wenn ich da was sehe, etwas, wo ich noch gar nicht geboren war, wo ich eine Nostalgie für empfinde, ohne dass ich da in diesem Jahr überhaupt geboren wurde oder irgendwie ein Bewusstsein hatte. Aber trotzdem hat es für mich was Nostalgisches. Ja. So. Ich weiß nicht, ich kann das, kann das schwer. Vielleicht hab ich auch schon irgendwann anders gelebt, zu einem anderen Zeitpunkt, ähm, als Hund oder so. Kann mich da noch an Dinge erinnern, wobei Hund können, egal. Ähm, äh, so. Ähm, dann ist natürlich, äh, wenn wir beim Adventskalender waren, ist natürlich auch dann gleichzeitig natürlich die Frage, äh, ist dann so Weihnachtsmagie, ist das als Erwachsener noch so ein Stückchen vorhanden? Ist da, ist da noch was über oder ist da, ist da nur noch der, der krummelnde Realist irgendwie vorhanden bei dir? Ja, ich fand gut, dass jetzt, äh, fast zeitgleich zur Podcast-Aufnahme es aufgehört hat zu schneien. Das war sehr magisch. Nee, ähm, ähm, aber ich glaube so, vor allem, da es ja auch immer weniger wird, äh, sind diese weißen Weihnachten, ähm, schon nochmal irgendwie, oder so Schnee an sich ist ja schon so ein Ritual, was irgendwie halt auch nochmal runter bremst, so den Alltagstrott an sich, weil es einfach so was Besonderes und eher halt Seltenes ist. Und gerade zum Beispiel in Berlin hat es fast, oder so die letzten Jahre nie geschneit, so. Und dementsprechend, wenn es dann mal geschneit hat, war es wirklich was Besonderes. Klar, wenn du irgendwie im Schwarzwald oder so wohnst, ist das, da ist dein Schneeaufgebot wahrscheinlich deutlich höher oder in Österreich als, äh, jetzt irgendwie ja in Norddeutschland oben oder so. Ja, das, das wahrscheinlich schon, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Ich meine, wir haben schon mal Schnee, aber das, das Traurige daran ist, dass er nicht wirklich liegen bleibt. Jetzt als Autofahrer, muss ich sagen, finde ich es nicht schlimm, ähm, aber jetzt als jemand, der mittlerweile schon seit fast über, über zwei Jahren, äh, Homeoffice hat, äh, und dementsprechend kaum noch sein Auto nutzt, muss ich sagen, bisschen traurig, ehrlich gesagt, bisschen traurig, dass wir sehr viel Schnee haben, der dann aber innerhalb von, was, drei Stunden oder so, sobald es aufhört zu schneien, fast wieder komplett weg ist. Also wir haben einmal so für ein paar Stunden Winter Wonderland und dann macht's Klick und, äh, die Straßen sind wieder alles sauber und der Schnee ist geschmolzen, ne? Das geht ruckzuck. Also das, das ist irgendwie ein bisschen, ich würde gerne mal einfach durch Schnee laufen. Nur einmal, es muss gar nicht mehr sein. Genau, genau, genau. Das ist ja auch was nostalgisches, ne? Als Kind ist man ja mit diesen, mit diesen Michelin-Männchen-Outfits da durch die Gegend gestapft und hat den Spaß seines Lebens gehabt. Naja, also wenn wir zurückdenken, es hat halt auch einfach früher deutlich mehr Schnee gegeben. Ja. Ja. Und dann zusätzlich noch, je älter man wird, desto entspannter tatsächlich, je nachdem halt natürlich, in welchem Kontext man ist und wenn du bei deinen Eltern bist und alle kommen es auch nicht nochmal entspannter, sondern vielleicht auch turbulenter, aber eigentlich, vor allem für mich, ist es halt tatsächlich so eine Durchatmenpause. Entschleunigung. Ja. Die ich früher halt wahrscheinlich als Kind auch gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, weil man da ja auch einfach nicht so viele Termine und Zeugs und alles hatte, aber dadurch, dass halt ja irgendwie alle frei haben, bremst es schon ganz schön aus und alles und entspannt dadurch und entschleunigt, ja. Das ist auf jeden Fall was, das hat schon so was Magisches. Ich habe als Kind, eigentlich habe ich das schon Jahre jetzt vor, mal wieder zu tun, ich habe als Kind ein Ritual gehabt und ich denke, viele Leute, die mit, eher intensiver, sage ich mal, mit Videospielen groß geworden sind, die haben das auch irgendwie wahrscheinlich gehabt, das ist, glaube ich, nichts Unbekanntes, aber dass man sich so ein großes Ding nimmt und dann über die Weihnachtstage mal wirklich intensiv spielt, so, ne, also sich da mal komplett drauf versteift, also ich meine, das geht natürlich auch mit einer Buchreihe oder mit einem Manga oder was auch immer oder mit einer großen Filmreihe oder so was, macht da jeder natürlich anders, aber ich als Kind habe mir, es gibt ja unterschiedliche Spiele, die ja auch unterschiedliche Längen haben, ne, und so Rollenspiele sind halt die, die am meisten Geschichte und Dialoge haben und die größten Welten immer gehabt haben und dementsprechend hat es halt mal nicht vier Stunden oder sechs Stunden gedauert, um das Spiel zu beenden, sondern halt mal, ja, wenn ich so an Final Fantasy VIII damals gedacht habe, waren das schon über hundert Stunden, die ich da reingepflanzt habe in die vier CDs und, na, das war dann so der ultimative Punkt, um zu sagen, an diesen Weihnachtstagen, wenn so alles rum ist mit Familie und gut gegessen und so weiter, in diesen Weihnachtstagen schnappe ich mir jetzt mal so ein Rollenspiel und, und, und lass mich einfach in diese Welt fallen, so, zack, so, und das war für mich auch schon damals als Kind ne Entspannung, das klingt jetzt vielleicht komisch, weil brauchen braucht man als Kind ne Entspannung, aber irgendwie hab ich's doch im Kopf, dass es mich sehr beruhigt hat in einer gewissen Form und das ist auch bis heute so, dass zum Beispiel ich eben halt Unterhaltungsmedien eher zur Entspannung vom Alltag so ein bisschen nutze und ich wollte das die ganze Jahre schon über mal machen, irgendwas raussuchen und dann sagen, ich hoffe, es wird mir gefallen und ich fang damit jetzt an, ich weiß, dass das eine längere Reise wird, aber ich möchte das jetzt einfach mal wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dazu komme, die letzten Jahre hat's nie geklappt und mir ist auch nie wirklich was eingefallen, aber vielleicht ist es dieses Jahr an diesem glorreichen Wochenende vielleicht der Punkt erreicht, wo ich das einfach mal einfach mal mache, aber ja, das ist irgendwie so, ich glaube, da kannst du jetzt wahrscheinlich eher weniger mit anfangen, aber das ist so ein Ding unter Videospielern oder wie auch immer man das nennt. Ich weiß nicht, ich habe auch, eigentlich will ich auch schon seit Jahren die Calvin und Hobbes Gesamtausgabe mal am Stück lesen, 2500 Seiten. Ja, das ist halt, wie gesagt, wenn du das quasi als eine Art Entspannung siehst, dann gibt es eigentlich fast keinen besseren Zeitpunkt im Jahr als diese zwei Weihnachtstage. Ja, irgendwie macht man ja auch so ein bisschen Marketing und planungstechnisch auch so Tradition auf, wenn ich daran zurückdenke, zum Beispiel das Herr der Ringe und dann später der Hobbit zum Beispiel auch ja immer an Weihnachten dann kam. Oh ja, stimmt, du hast recht. Man versucht ja auch so einen Zyklus dann irgendwie aufzubauen. Stimmt, du hast recht. Eigentlich kann man das auch, ich bin, ich bin nicht der groß, der größte Kinogänger, um nicht zu sagen, jetzt vor allem mit Tinnitus vermeide ich Kino mittlerweile eigentlich relativ gerne, aber damals war es wirklich so, Herr der Ringe und auch der Hobbit, das war für mich, vor allem als der Hobbit wieder rauskam, egal wie man ihn finden mag, ich finde den Film, ich finde die Filmtrilogie jetzt auch nicht enorm Bombe, aber das war für mich egal, weil für mich war das einfach so, mit meinen Freunden in dieser Weihnachtszeit in diesen Film zu gehen oder in dieses Franchise und das war irgendwie was Besonderes. Das stimmt, das fehlt auch irgendwie ein bisschen. Herr der Ringe fand ich damals beeindruckend, glaube ich, aber da waren wir ja auch noch jünger. Ja, Herr der Ringe ist ja auch beeindruckend, ich meinte jetzt halt Hobbit. Hobbit, weiß nicht, fand ich den ersten ganz gut damals, glaube ich, im Kino dann auch und im dritten saß ich lachend. Ja, ja, genau. Der zweite ist auch nur deswegen gut wegen dem Drachen und seiner Bassstimme im Kino, also das war meine Empfindung, die fand ich genial, das war für mich Unterhaltung pur. Allein nur dem zuzuhören fand ich grandios und der dritte Film war einfach nur DeviantArt Fanfiction. Ja, aber lass uns nicht darüber reden, aber auf jeden Fall war das ja trotzdem so was, was man doch durchaus mit der Weihnachtszeit verbinden kann als eine Art Ritual und das hatte ich schon länger nicht mehr, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber es gibt halt andere Möglichkeiten mittlerweile, ne, durch Streaming und so. Aber das finde ich auch dann so, zum Beispiel bei Streamingdiensten, dann schwemmt es jetzt so diese Flut von Weihnachtsproduktionen rein und irgendwie zwei Drittel davon, vielleicht liegt es auch nur an mir oder so, sind aber dann so, du merkst, okay, da geht es darum, es geht um Weihnachten und es wird thematisch gesetzt, aber das, also der Film an sich, außer dass da irgendwie die ganze Zeit auf Weihnachten referenziert wird, lohnt sich halt überhaupt nicht und ist irgendwie wirklich zusammengeschustert so. Ja. Aber natürlich gibt es auch gute Weihnachtsfilme und so, keine Frage. Ja, kommen wir doch, kommen wir doch dahin. aber halt als Welle ist es halt einfach, glaube ich, dadurch, dass halt sich die Studios und die Produzenten und man braucht immer was Neues und dann musst du es dazu thematisch produzieren, das sorgt halt einfach dieser Zwang meistens für kein gutes Ergebnis, aber du darfst. Ich habe, ich habe aber durch diesen, also man kann, natürlich kann ich es negativ sehen, das ist auch definitiv klar, dass es vieles beabsichtigt ist und so, aber manchmal, muss ich sagen, braucht man vielleicht genau diesen einen Schwupp, diesen, diesen einen, äh, wie soll ich sagen, diesen einen Rüttler, diesen einen Schubser von hinten so, um überhaupt mal in diese Richtung zu kommen, weil ich habe, obwohl ich doch ein sehr weihnachtlicher Typ bin, äh, die letzten Jahre eigentlich nicht wirklich Weihnachtsserien oder Filme oder sonst was in dieser Richtung angeguckt, ich hatte eine lange Zeit da ziemliche Pause, also zwischen meiner Kindheit und diesem Jahr tatsächlich, habe ich das erste Mal wieder mehr als einen Weihnachtsfilm angeguckt und das ist schon mal auf jeden Fall, vielleicht liegt es an dem Podcast, vielleicht mache ich mich damit wuschig hier, ich weiß es nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ich glaube auch dieses Jahr kam gefühlt viel mehr Weihnachtsserien als sonst, eigentlich glaube ich fast alles, was irgendwie verfügbar ist, aber vielleicht ist es auch einfach, weil man ja auch weiß, okay, wir sind noch in der Pandemie, die Leute werden nicht zu viel und irgendwie jetzt lass mal heile Welt so nach draußen strömen. Ja, man ist ja auch nicht wirklich was Verkehrtes, ne? Ne, auf keinen Fall. Die Leute da irgendwas Positives draus ziehen können. Ich werde auf jeden Fall auch Tokio Godfather noch angucken. Oh ja, da ist es auch eine sehr, sehr schöne Empfehlung, kann man auf jeden Fall weitergeben für Leute, die natürlich auf Anime stilten. Ich weiß, es wird jetzt schlechtes Satoshi Kon, aber trotzdem noch ein sehr guter Film. Ja, kann man so, kann man so unterschreiben. Er ist ein bisschen seltsam, also seltsam im Sinne von, wie er aufgebaut ist. Ich hatte irgendwie ein bisschen meine Probleme mit dem Film. Ich wollte ihn lieben, weil er das Herz am rechten Fleck hat und er war wirklich auch rührend, aber irgendwas war auch ein bisschen Panne an dem Film. Ich glaube, das ist halt so dieses, ein japanischer Regisseur versucht irgendwie einen klassischen Weihnachtsfilm zu machen und man merkt, da gibt es irgendwelche Übersetzungsfehler. Eigentlich ist alles drin, was sein muss, aber irgendwie passt es dann trotzdem nicht ganz. Man merkt halt einfach, dass die Japaner nicht so Weihnachten zelebrieren oder diesen Weihnachtsgeist haben, wie jetzt halt viele im Rest der Welt so, dass es eben halt doch mehr Klischee verankert ist und so. Fehlt halt der christliche Bezug, ja. Ja, total. Wobei es natürlich auch in Japan tatsächlich, wie habe ich mal gelesen, es gibt ja tatsächlich doch eine überraschende Anzahl an Christen in Japan. Schon, aber die sind dann wahrscheinlich medial nicht so tonangebend, dass das irgendwie ein... Nee, nee, nee. Nee, das glaube ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist es für die der Anime, der Weihnachtsanime schlechthin. Und wie gesagt, das ist ein schöner ist ein schöner Anime auf jeden Fall. Satoshi Kon sowieso ein fantastischer Regisseur, oder? Regisseur? Ja. Und Director und alles Mögliche eigentlich, ne? So wie es in Japan meistens ist, wenn du groß bist, warst du schon mal alles. Ja, ich glaube, der hat auch eigentlich auch so animationseiglich in seinen Filmen immer noch, glaube ich, in allen auch noch irgendwie mitgemacht und so. Ja, ja, genau. Und, ähm, also als Weihnachtsgeschichte kann man ihn trotzdem gucken, wie gesagt. Also als eine Weihnachtsmessage ist er toll. Ja. Und hat auch ein paar interessante Charaktere drin, wo, glaube ich, gerade in die heutige Zeit das als was Aktuelles wahrnehmen würde, ne? Ja, schon. Also mit so, mit dem, äh, Transvestiten und, äh, Männer, die sich sehr, sehr, sehr mutter, ähm, bezogen fühlen, sage ich mal. Obwohl sie ja eigentlich Männer sind und, und so Sachen, ne, so, das ist schon etwas, was, ja, eigentlich heute, kann man fast sagen, aktiver und, äh, wichtiger ist, als was damals eigentlich der Fall war. Weiß nicht, ich glaube, damals war es eigentlich, wenn du es so willst, mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger. Wichtig war nicht, wichtig war das falsche Wort. Aber die, ähm, Öffentlichkeit konsumiert es einfach viel bewusster jetzt. Ja, ja, genau. Und dadurch ist halt die Rezeption und die Reflexion nochmal eine ganz andere. Aber ich würde auch jetzt nicht Satoshi Kons andere Filme, äh, empfehlen, wenn man irgendwie, und Serie, wenn man irgendwie eine gute Weihnachtsstimmung will, das wäre dann auch die falsche. Nee, das definitiv. Also das ist halt auch wirklich einer, der, der ist schön und rührend. Die anderen sind eher erschreckend und alles andere. Aber gut. Ja, ähm, das ist aber auch schon mal schön, ähm, wer vielleicht, für wen es interessiert, ich hab auch, äh, zu, äh, Tokyo Godfathers mal eine, keine Anime-Review gemacht. Irgendwo in den Tiefen von Nezomanga sind die irgendwo versteckt. Könnt ihr ja Ausschau halten, wenn euch das interessiert. und ansonsten, ähm, ja, äh, will ich noch was loswerden, weil ich muss es einfach tun. Ich muss es einfach tun, sonst platze ich. Ich hab Disney Plus und mir ist eine Sache enorm aufgefallen, ich bin kein großer Freund von den Zeichentrickfilmen von Disney Plus. Ich, äh, von Walt Disney. Ich hab's als Kind natürlich angeguckt, klar, jeder kennt es, Bambi, Ariel, die Meerjungfrau, Aladdin und wie sie noch alle heißen, König der Löwen. Heute bin ich einfach nicht mehr so der große Freund von diesem Film. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meistens find ich's ein bisschen zu plakativ, ich find's manchmal ein bisschen langweilig. Ich bin auch nicht der größte Freund unbedingt von lass, äh, bitte alle zehn Minuten irgendwas singen. Bin ich persönlich eher auch nicht so der Freund von. Auf jeden Fall. Das, das stört mich unfassbar eben, im, im, Gesamtfluss einfach. Äh, auch wenn, auch wenn ich nach wie vor sage, dass es ein paar grandiose Songs gibt und auch gerade durch die deutschen Synchronstimmen, wenn ich Scar zum Beispiel denke oder so, da krieg ich heute noch Gänsehaut, vielleicht, weil es auch ein bisschen was mit Nostalgie zu tun hat. Äh, aber das ist vom Craft, sozusagen, vom Crafting her fantastisch. Was mich, ähm, aber trotzdem stört, ist halt so, trotzdem diese, diese Zeichentricks, Filme irgendwie wollen die nicht so ganz. Es ist sehr schablonhaft halt einfach. Und ich meine, die neueren Disney-Filme sind dann so, okay, wir haben mal einen Trope aufgebaut, jetzt drehen wir den um und machen den anders. Ja, aber im Grunde wird der halt immer noch bedient, dann halt im Negativen oder so. Und ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel die, äh, Ghibli-Filme viel, viel besser, individueller und aussagekräftiger so. Aber, ja, da bin ich halt irgendwie auch mehr dran gewachsen. Ja, ja, das ist klar, aber ich, äh, sag halt immer wieder das eine, was mir halt Anime quasi mehr oder minder, nicht, nicht alle natürlich, da gibt's auch Ausnahmen und das muss auch nicht bei, in jeder Geschichte so sein, um Gottes Willen, aber die japanische Erzählstruktur versucht oft, also gerade so in, in Anime-Filmen oder eben halt Manga oder sowas, ähm, zu versuchen, die auch zu erklären oder zu zeigen, warum der Bösewicht böse ist und, ähm, oder zu zeigen, dass der zwar böse handelt, aber eigentlich vielleicht auch seine Punkte hat, die valide sind, sowas, ne? Also gerade, wenn ich halt an Ghibli-Filme so manchmal denke, äh, hier zum Beispiel bei Chihiros Reise ins Zauberland, äh, die Hexe, Baba irgendwas, ähm, klar kannst du natürlich sagen, das ist der Bösewicht in dem Film, aber gleichzeitig so allzu böse ist er halt auch nicht, das ist nur situationsbedingt eben halt, ne? Und, und, ja, genau, und das finde ich halt irgendwie, das fehlt mir bei Disney halt komplett, weil da gibt's immer so, ein Bösewicht und der ist dann halt böse, weil er, ja, wobei bei Disney kommt, glaube ich, auch nochmal drauf an, aufgewachsen ist, oder er muss hässlich sein, welche Vorlage es ist. Böse hässlich sind. Und die Helden sind wunderschön. Alle. Ja, ist so, ist doch so, oder? Das ist schon, schon dieses eine Ding, was immer wieder auftaucht. Wunderschöne Helden, die gegen hässliche Bösewichte kämpfen. Ja, also wie gesagt, oder. Es hängt glaube ich auch stark davon ab, Bösewichte, die sehr anders aussehen. Welche Vorlage, ähm, der jeweilige Stoff bedient, weil Disney sind ja auch sehr viele Buchadaptionen einfach. Ja, ja. Und natürlich auch viel. Aber die machen auch viel anders. Ja, ja, genau. Die machen ja größtenteils was anderes draus, also, äh, kannst du jetzt Alice im Wunderland nicht mit Alice im Wunderland vergleichen, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Aber es ist trotzdem, die ist, ist glaube ich, einer der Disney-Filme, die ich am meisten mag. Zum Beispiel. vielleicht magst du auch Drogen. Das könnte ja durchaus sein, dass du den Film deswegen magst. Weil, das ist glaube ich, der, der eine Zeichentrickfilm von Disney, der definitiv, äh, äh, unter Drogentrip entworfen wurde. Äh, was aber eigentlich auch wiederum ganz gut zur Geschichte passt, denn die ist auch ein einziger Drogentrip, aber im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, sogar, ne? Ja, eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich, wenn du die Bücher liest, also, zumindest, zumal ich sie gelesen habe. War der nicht abhängig oder, oder, nee, war der, nee, 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 da war ja was Schlimmeres mit dem sogar, ne? Nee, lass uns nicht darüber, nicht, nicht in das Thema einsteigen. Das ist glaube ich auch, je nachdem, äh, unterstellt, aber ich glaube, da ist auch gar nichts halt, weil über die Zeit natürlich auch nichts beweisbar ist, aber das war eine Implikation. Aber eigentlich ist, was Alice auszeichnet, beide Romane, ähm, sind Wortspiele. Und eigentlich ist das Ganze, was quasi dann nachher in Disney oder anderen Adaptionen zu diesem Fantastischen und von mir aus auch, ähm, Rauschhaften, wie auch immer, führt, sind eigentlich halt Witze aufgrund von basierenden Wortsch, oder auf Wortspielen basierende Witze im Buch. Und das ist halt einfach anders, ob du das quasi über Komik und als witziges Buch liest oder halt dann als ernste Verfilmung siehst, je nachdem. Ja. Also, wie gesagt, auch hier wieder muss ich halt auch, auch sagen, ähm, natürlich nicht alle. Es gibt für mich auch Ausnahmen, ne? Ähm, aber trotzdem so ein Gesamtpaket. Warum ich das jetzt sage, ist nur einfach der Punkt, dass ich irgendwie über die Jahre rausgefunden habe, dass ich die Realverfilmungen von Disney besser finde. Klar, die sind nicht alle perfekt und, ähm, die sind auch nicht alle grandios. Da sind viele einfach nur, kann man mal machen. Reicht einmal, aber war gut oder war okay. Ähm, und ich hab ehrlich gesagt das gar nicht gewusst. Ich habe, nämlich damals als Kind, ich war sogar im Kino, wenn mich nicht alles täuscht, das ist Halbwissen jetzt, äh, könnte sein, dass ich im Kino war. Ich könnte schwören, dass ich im Kino war. Es war, war ich aber noch relativ klein dann auch. Und zwar, ähm, ja, zu der Zeit, wo es ja auch, hör mal, wer da hämmert und so im Fernsehen lief, ne? Wer vielleicht diese Sitcom noch kennt mit, äh, Tim Allen, ähm, gab es eine, ja, einen Weihnachtskomedy-Film von Walt Disney, wie gesagt, was ich nicht wusste, ähm, der hört auf den Namen, ganz simpel, The Santa Claus. Und ich glaube, bei uns hieß es einfach nur Santa Claus. Da hat man das The einfach weggelassen. Sagt dir das was? Ja. Ja. Und ich habe, ähm, irgendwie bei den Vorschaubildern gedacht, also ich bin mir sicher, den ersten kenne ich auf jeden Fall safe, da weiß ich noch grob, was passiert. Beim zweiten gar, fast gar nichts mehr und der dritte, ich glaube, den habe ich noch nie angeguckt. Wahrscheinlich auch, weil es so ein Direct-to-DVD oder VHS-Ding-Geschichte war, wahrscheinlich gar nicht mehr im Kino lief. Zumindestens fühlt sich das so an. Auf jeden Fall habe ich diese drei Filme dann an, ja, drei Tagen geguckt und ich muss sagen, das sind verdammt schöne Filme, die sind, die sind sehr, wie soll ich sagen, simpel, sehr lieb, also nix, nix Schlimmes passiert da drin oder sonst was ähm, und sehr, ja, fantastisch, kann man sagen, ne, also, was ich an diesen Filmen so liebe, ist zum einen Tim L., ich mag ihn als Schauspieler, ich mag, wie er schon so ein bisschen diesen Scrooge-Charakter auch so ein bisschen spielt am Anfang, er ist ein alleinerziehender Vater, getrennt von der Mutter, aber der Sohn lebt bei der Mutter und ihrem neuen ähm, Freund und, ähm, ja, genau, und der Sohnemann kommt dann eben zu ihm eines Weihnachtsabends, äh, weil die anderen irgendwie was zu tun haben oder so und, ähm, dementsprechend soll Tim Allen dann eben halt, wie hast du noch mal Jack, nee, nicht Jack, hab schon wieder seinen Namen vergessen, irgendein amerikanischer Name, ähm, der nicht üblich ist, irgendein SC, wie Santa Claus heißt er, glaub ich, in der Richtung und er, äh, muss auf seinen Sohnemann aufpassen, der hat gar keinen Bock auf seinen Vater, der kennt seinen Vater so gut wie nicht, weil, naja, er hat nicht viel mit ihm am Hut, weil die Mutter das auch nahezu nie zulässt und so ein bisschen so die Geschichte, ne, wo man dann eben halt mitbekommt, dass der kleine Sohn und der Vater sich so nähern und dann doch irgendwie ein bisschen eine Beziehung draus wird, die vorher komplett eigentlich zum Scheitern verurteilt war, wegen dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, er wird so Santa Claus, weil er, äh, den Mantel anzieht, ohne das Kleingedruckte in der Visitenkarte vom ehemaligen Santa Claus gelesen zu haben, es sind so kleine, witzige Anekdoten, die dann da drin in dem Film kommen und der erste Teil ist jetzt noch nicht so bahnbrechend, aber der ist einfach, der ist einfach schön, er wird halt irgendwann dick und kriegt einen Bart, das ist wie so die Mutation von Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder, keine Ahnung, wie so eine Werwolf-Transformation, bloß wird, äh, ein normaler, erwachsener Mann eben halt zum Weihnachtsmann, wird dick und kriegt einen Bart und egal, wie oft er sich rasiert, er wächst immer wieder super schnell nach, am Abend hat er immer wieder den weißen Flauschbart und irgendwann realisiert er selber, okay, das stimmt wohl und ich muss zum Nordpol und da mal gucken, wie die Sache da abläuft und wie sie diesen Nordpol da gemacht haben, so dieses Klassische, was man eben halt so kennt von diesem, von dieser ausgedachten Weihnachtsmythos, ne, Weihnachtsmann lebt am Nordpol, da sind Wichtel oder Elfen, die bei der Spielzeugbearbeitung helfen, es gibt Rentierställe, es ist mehr oder minder irgendwo versteckt am Nordpol, dass es keiner findet, so diese Sache und die ist einfach herzallerliebst, diese, diese drei Filme. Der dritte ist gar nicht so schlecht, wie ich finde, aber auch nicht überragend, der zweite ist mit der Beste, was auch selten ist, weil meistens ist der erste besser und ich wollte einfach mal kurz darüber reden, weil die Filme, die fand ich erstaunlich schön, also so vom weihnachtlichen Spirit her fängt der das gut ein, Tim Allen ist ein sympathischer Schauspieler, alle anderen sind auch einfach lustig drauf oder gut drauf, es gibt keinen Charakter oder Figur, die da drin irgendwie nervt, es gibt keinen allzu komplizierten Plot, der das jetzt irgendwie unnötig seltsam macht oder sowas, sondern sehr simpel gehalten, quasi, man könnte das theoretisch auch ohne Weihnachtsmann und den Mythos quasi dahinter machen, wäre dann wahrscheinlich nur ein halb so guter Film, ich denke, das macht viel aus, gerade auch in der Weihnachtszeit, aber ja, ich habe mir die Filme jetzt endlich mal gegeben und ich muss sagen, ich habe keinen bereut, das war wirklich ein schöner, schöner Filmeabend, den ich mir da selber gemacht habe und ja, war einfach herzlich, einfach herzlich. Ja, ich kann mich nur an den ersten Waage erinnern, aber da habe ich als Kind halt Tränen gelacht, das war halt, das ist gerade, glaube ich, für Kinder halt super lustig, wenn so ein erwachsener Mann irgendwie da struggelt, wenn er ständig zu einem Weihnachtsmann mutiert, obwohl er es gar nicht will und sich jedes Mal rasiert und versucht, Diät zu machen und da gibt es eine Szene, wo er beim Doktor sitzt und meint, Herr Doktor, wie kann das sein? Letzte Woche hatte ich noch das und das Gewicht und jetzt sehen sie mich an. Wie dick kann man eigentlich in einer Woche werden? Ja, haben sie was gegessen? Ja, nicht möglich, normal halt und dann geht er so an sein Herz und guckt halt, wie das Herz so pocht und dann ist er, er ist natürlich Santa Claus, und sein Herz pocht in einem Weihnachtssong, in einem Rhythmus und das ist einfach, ich fand das als Kind super lustig, das sind einfach so Sachen, das sind so simple Sachen, aber wirklich eine sehr, sehr charmante Filmreihe, die dann auch so ein bisschen halt diesen Mythos ausarbeitet, dann gibt es später noch so Nebenfiguren wie die Zahnfee, ja, und Mutter Natur und Gefahr der Zeit und Amor und so was, das ist einfach lustig, das ist charmant gemacht und ich war auch schon immer ein Freund von diesem Mythos, ich finde, da kann man, da könnte man so viel draus machen, finde ich, jedes Mal. Ich sage jedes Mal, die Japaner haben so viel genommen und irgendwie zu verpackt, es wird Zeit, dass die mal Battle Shonen aus diesem Ding machen. Die können alles aus, irgendwie jede Mythologie nutzen und daraus ein Battle Shonen machen, also bitte das nächste Mal den Weihnachtsmythos. Und es ist nicht das erste Mal, wo tatsächlich jemand das auch versucht, es existiert, es existieren tatsächlich drei Manga, die in Battle Shonen sind und die auf dem Santa Claus Mythos basieren. Kein Scherz. Ein Manga heißt sogar Santa einfach, ganz kreativ. Naja, musst du ja deine Zielgruppe ansprechen. The more you know. Ich musste gerade noch an Wo der Weihnachtsmann wohnt denken, so ein Bilderbuch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe ich irgendwie auch noch, obwohl ich, keine Ahnung, das ist schon, stimmt, zwei Jahrzehnte nicht mehr in den Händen hatte, gut in Erinnerung. Das habe ich nicht mehr, aber das habe ich als Kind immer vorgelesen bekommen, das weiß ich. Einer dieser wenigen Weihnachtsbücher, die ich hatte. Ich weiß, dass mir die Bilder noch gefallen hatten, aber ja. Ja, hast du sowas? Also hast du mal wieder so einen Film? Also für mich ist Rockfader auf jeden Fall von Terry Pratchett. Egal ob als Buch oder als Film. Die Filmproduktion von BBC hat er halt auch betreut. Deswegen ist die eigentlich genauso, wie er seinen Roman hatte und er hat halt quasi alles kontrolliert und es nicht so Hollywood-mäßig ausverkauft. Deswegen passt die auch ganz gut. und für mich ist die echt, ich gucke die echt tatsächlich alle zwei, drei Jahre an, seit die erschienen ist 2007. Und ja, die hat für mich tatsächlich auch so so ein Weihnachtszauber. Ich weiß gar nicht, also es geht darum, dass quasi der Weihnachtsmann verschwindet als anthropomorphische Entität und Tod versucht, ihn zu ersetzen, so lange, bis er halt dann wieder auf die Beine kommt, so mehr oder weniger. Und das ist halt einfach, es ist so witzig, aber es ist auch super philosophisch zum Teil und ich weiß nicht, ich mag auch den Humor einfach. Ja, das ist so mein Weihnachtsfilm. Ja, das ist doch, das ist doch cool. Das ist doch cool. Irgendwas, äh, damals in, in der Kindheit irgendwie geguckt oder so in der Richtung? Wurde der, Wurde der, Weiß nicht, dann lief natürlich sowas wie Santa Claus und Coca-Gee oder Weihnachtsmann und Coca-Gee, ja genau. Gut, ich glaube, dann haben wir das jetzt auch in jeder Episode einmal erwähnt. Na ja, zwei, aber ich müsste es einfach gucken. Ja, ja, aber ich habe jetzt festgestellt, ich habe gelogen, vielleicht kann ich das nochmal kurz ins Reine bringen, äh, Weihnachtsmann und Coca-Gee hat keine 40 Episoden, äh, sondern nur, nur irgendwas mit sechs und, nee, doch, irgendwas mit 20 oder sowas in der Richtung. So, jetzt habe ich es schon wieder verpasst. Aber da siehst du mal, wie lange es sich angefühlt hat, finde ich. Nee, nee, im Original waren die Folgen kürzer. Ah, okay. Also, äh, ich weiß nicht, ob es einem vielleicht auffällt, aber, ähm, die Sendung wirkt deswegen teilweise ein bisschen seltsam, weil es Episoden gibt, die quasi kürzer sind als die anderen und dann theoretisch eigentlich schon die nächste Episode wäre. Und, äh, im Deutschen oder in anderen Ländern hat man dann eben halt gesagt, ey, wir tun diese zwei Episoden in eine Packen, sodass wir die normalen Episodenlänge haben. Und deswegen ergibt es teilweise auch keinen Sinn im Kontext. Ja, bietet sich an, aber ja, ist natürlich, wenn du es am Stück anguckst, dann wahrscheinlich viel besser, als wenn du eine Woche warten musst oder einen Tag, ja. Oh, eine Woche warten für Weihnachtsmann im Koga-G, also, gibt Grenzen, ja, gibt Grenzen. Bei richtig gutem Anime kann ich das ja noch verkraften, äh, aber bei Weihnachtsmann im Koga-G wird's aufhören. Also, da würde ich, würde ich Rebellion anzetteln. Geht gar nicht. Äh, ja, nee, das war, nee, aber sonst, glaube ich, fällt mir nix ein, was so wirklich, äh, weihnachtsmotivisch in der Kindheit war. Außer halt die paar Bücher, die ich jetzt schon erwähnt habe. Ja, nee, weil das nämlich das Interessante ist, wo ich jetzt halt mal auf Disney Plus und Netflix und so halt mal geguckt habe, so was so Weihnachtsfilme gibt, da ist mir halt wirklich komplett aufgefallen, es gibt schon welche, aber ich hab nur ganz, ganz wenig davon geguckt, als Kind und auch als Erwachsener. Also, es gibt, glaube ich, halt viel, viel Mist da draußen, was diese Weihnachtsthematik aufgreift. also richtig viel richtiger Papierkorbmüll, so, ne, ähm, und da gibt's halt nur ganz, ganz wenige, die so herausstechen, ne, so welche, die so, wo du sagen kannst, die haben halt auch ne gewisse Basisqualität, so, ne, die muss, das muss jetzt kein perfekter Film oder kein allzu tiefgründiger, aber als Film hat der ne gewisse künstlerische Tiefe, kann man sagen, ne, da hat man sich was gedacht, die Kamera, äh, und alles, man merkt halt wirklich, da steckt ein bisschen Qualität dahinter, während es halt wirklich so, wahrscheinlich meistens so Direct-to-DVD-Filme gibt, oft, die sind so, ja, braucht man nicht wirklich, ne, ich find halt, was immer geht, für mich persönlich, ist es egal, in welcher Form, ich hab bisher noch keine schlechte Variante gesehen, das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, weil die Geschichte, einfach die Basisgeschichte, das Buch einfach so grandios ist, und das ist halt natürlich, äh, A Christmas Carol von Charles Dickens, ne, das, egal in welcher animierten oder Realfilmform, ich hab schon zig Varianten gesehen, wo ich teilweise nicht mehr weiß, wie die jetzt alle unterschiedlich heißen, genau, aber ich hab, weil die ja auch im Grunde alle ähnlich sind, ne, die, die trauen sich auch fast nie irgendwie was anders zu machen, halt auch ein Klassiker, wie es anders gar nicht sein könnte, aber auch ein fantastisches, ein fantastischer Klassiker, ne, der ist einfach, egal welche Form dieser, diese Buchreihe quasi annimmt, äh, Buchreihe, dieses Buch annimmt, es ist, na, egal, immer wieder eine tolle, tolle Erfahrung, sag ich mal, ne, und ich hab bisher noch keine schlechte Variante davon gefunden, ja, vielleicht gibt's da irgendeine rumänische, irgendwie mit irgendwelchen Laien-Schauspielern, so wie, keine Ahnung, dieses polnische Herr der Ringe oder sowas, ähm, gibt's ja schon mal ein bisschen seltsamere und, äh, ja, sag mal mal, theatermäßige, äh, Filme, die eher aussehen, als hätte jemand eine Kamera auf eine Theaterbühne gehängt, mit so Laiendarsteller, so Varianten gibt's sicherlich auch, aber ich glaub, selbst dann, wenn man das richtig rüberbringt, kann trotzdem die Message an sich ist ja, glaub ich, somit das Stärkste. Ja, ich glaub, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass es insgesamt einfach viel zu viele Adaptionen davon gibt und man halt quasi, wenn du ein neues siehst oder irgendeinen Weihnachtsfilm und dann merkst du, okay, das ist jetzt wieder A Christmas Carol, ja, dann weißt du halt, wie's läuft, so, aber klar, wenn du das nicht hast und zwar nicht gelesen oder gesehen hast, dann, ja, kann man da, glaub ich, gut zugreifen. Ich glaube, ich würde halt fast sagen, die beste Varianz von A Christmas Carol ist die Geiste, die ich rief. Das ist so auf die Moderne gepackt und das, das fand ich noch, das fand ich noch gut, weil ich auch den Schauspieler mag, weil er so ein bisschen, er passt einfach wunderbar auf die Rolle einfach, ne, so dieser, ja, sarkastische, sarkastische Arschloch, also das passt einfach. Ich muss da deinem Expertenurteil trauen, weil ich, glaub ich, auch zu wenig Adaption davon gesehen, hab ich, glaub ich, kann ich an drei oder so erinnern, aber. Ja, hier, der, 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 der eine Ghostbusters, wie heißt das nochmal? Ja. Der sarkastischste von allen. Ah. Ich komm nicht drauf. Ich bin aber auch ganz schlecht mit Schauspielern. Bill Murray. Bill Murray, genau, Bill Murray, genau. Der, der macht einen großartigen Scrooge. Genau, ja. Und, das kann man sich auf jeden Fall geben, weil das hat so einen Mod, deren Twist auf diese Geschichte, aber das Grundprinzip und so weiter ist halt trotzdem vorhanden und auch so diese Schienen, worauf quasi das läuft, ist halt auch genau das. Aber das ist noch eine gute Varianz davon. Ich finde, es gibt dann halt auch oftmals so, so TV-Sendungen, die so eine Weihnachts-Special machen und dann ist es immer Christmas Carol und das ist immer so. Ja, das wird dann halt. Ja, das ist nach einer Zeit dann auch irgendwie langweilig, das stimmt schon. Das ist halt vielleicht im Englischen so, wie für Neujahr und Silvester, Dinner for One für uns. So. Es muss diese Geschichte sein und warum dann nicht neu machen. Ich will das ja jedes Jahr gucken. Siehst du, du bist schuld an diesem Überflug. Nein, nein, nein. Ich will jedes Jahr Dinner for One gucken. Und wenn es dann Neujahr ist und ich weiß, wann es läuft und ich die Möglichkeit habe, habe ich keinen Bock drauf. Klar. Es ist immer nur der Weg dorthin, habe ich Bock drauf. Wenn es der Tag ist, na ja, so überragend ist es nicht. Und es zieht sich schon sehr lang. Es zieht sich so lang. Es zieht sich meiner Ansicht nach ein bisschen zu lang. Ich glaube, es ist für jemanden, der es halt schon diverse Male gesehen hat, ganz erträglich, wenn man mitdrinkt. Aber ansonsten ist es halt sehr repetitiv. Und wenn es nicht gerade gut in die Stimmung und den Moment passt, ja. Aber es war, glaube ich, auch schon schlimmer. Man sitzt meistens nur da und dann sagt einer, hey, lass das nochmal gucken und dann läuft es und keiner guckt zu. Ja. Ja. Aber ich glaube, vor 10, 15 Jahren konntest du es tatsächlich zwischenzeitlich im Fernsehen so eigentlich immer schauen. und du musst es nur durch die Kanäle zappen und irgendwo lief es dann. Und ich glaube, so schlimm ist es jetzt gerade nicht mehr. Meine ich. Aber ich habe auch nicht ins Fernsehprogramm geguckt. Aber ich weiß, dass ein chinesischer Freund von mir sich es auf DVD dann gekauft hat. Ja. Ja, darf ich auch ein bisschen Kultur mit hier kriegen. Was ich mir gerade noch überlegt habe, bei uns gibt es vielleicht nicht so diese klassischen Weihnachtsfilme, aber so Sachen wie Bambi oder Das letzte Einhorn sind ja auch schon so, dass die thematisch eher an Weihnachten oder so kurz davor laufen. Ja, 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 Das letzte Einhorn stimmt. Ein wunderschöner Film für die ganze Familie. Werd Kinder überhaupt nicht traumatisieren ab einem gewissen Alter. Bambi hat mich, weiß nicht, ehrlich, Bambi hat mich voll kalt gelassen. Das kommt, glaube ich, drauf an, wie alt du es anschaust. Aber ich kann auf jeden Fall es war halt immer noch, also ja, es war schon traurig, aber da darf man das sagen? Ich meine, es war halt immer noch ein Tier, ne? Es ist halt, ich war da auch mal erschreckt von, erschrocken von, als ich das damals als Erzieher gesehen hatte, weil ja immer so geachtet wird, da darf ja nichts Blutiges sein und in den Büchern, die Bücher muss man drei, vier Mal durchgucken, so, also auch so irgendwie so Lehrbücher oder sowas, dass da nichts Schlimmes drin ist. Die Mutter in den ersten Minuten erschossen. Nee, und dann, dann gibt es dann solche Tier, äh, wie Bilder, äh, Lexikons oder sowas, wo du dann zum Beispiel, ähm, einen Eisbär siehst, wie er gerade in eine Robbe zerreißt. Und dann, und da, und der Schnee ist rot. Äh. Ja, und das Blut läuft raus und so. Und das, und das gucken Kinder an, so, boop, 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 oh, guck mal, der Eisbär, der hat gerade, der hat sich was zu essen gemacht, ne? Und dann können die weiter und ich denke so, höh, also, ich weiß nicht, das sieht schon ziemlich heftig aus, ich war neulich auch entsetzt, das war glaube ich um fünf oder so, da lief auf Arte irgendeine Doku, äh, über so eine Tierdingsbums und dann war halt so, dass die Affen dann einfach die Vögel aus dem Nest geholt haben, die Jungen, und zerrissen oder auf irgendwie Stein zerschlagen und ich denke, ja, okay, sowas passiert, aber müsst ihr das um fünf Uhr zeigen, wenn das vielleicht gerade irgendwelche Eltern, ähm, ihre Kinder so, ja, setzt euch da mal hin und guckt, was gescheit ist. Ja, weil das ist ja halt, das Lustige ist ja dran, dass das so drin ist, wie gesagt, das war damals bei mir auch drin, klar, war ich traurig, weil das ist ja immer eine Mama, Mama ist schlimm, aber was halt nicht so schlimm war, ist, dass es halt ein Reh war, dass das ist, wenn das jetzt ne, wenn das jetzt, echte Menschen gewesen wäre, wäre das für mich unfassbar schlimmer gewesen als Kind, aber dadurch, dass es nur ein Reh war, der war halt, ich meine, Jäger erschießen halt Tiere und andere Tiere fressen halt andere Tiere, das war dann halt so, das war nicht so das Problem für mich. Deswegen hatte ich, glaube ich, da auch nicht so Trauma. Ja, wenn du so schaust, zum Beispiel unten am Fluss, also Watership Down, dadurch, dass du da zum Beispiel bei den Hasen mit bist und quasi so in der Perspektive ist, dann ist das ganz anders auch von dem Effekt. Aber ja. Das stimmt, aber da hat es mich auch wesentlich mehr mitgerissen und also traumatisiert und das war auch schon aber trotzdem wesentlich später. Also vielleicht habe ich auch als Kind noch gar nicht so diese Gedankenbrücke gemacht. Ja, vielleicht auch. Die ich dann bei Watership Down hatte, wo ich mir gedacht habe, Alter, keine Ahnung, was findet da alles statt? Vergewaltigung? Massenmord? Tyrannei? Da ist so ziemlich alles dabei, oder? So als Kind, ne? Kein richtiges Kinderbuch, ja. Vor Art Attack? Weißt du, damals, es war immer, ich habe immer so lange gewartet, bis die Uhr, ne, bis 17 Uhr war oder sowas, ne? Punkt 17 Uhr, dass ich ja nicht noch irgendeine Szene sehe und dann habe ich eingeschaltet zum Intro zu Art Attack. Vorher, nope. Ich habe sonst immer Serien einfach so laufen lassen, habe was anderes gemacht, bis meine Serie kam, sozusagen nicht gucken wollte, hat man ja gerne mal gemacht als Kind so oder hat es einfach geguckt, obwohl man es nicht gut fand. Figger, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so macht man es als Kind manchmal. Aber da habe ich wirklich instinktiv, ich habe ausgemacht, habe irgendwas anderes gemacht und habe 17 Uhr dann erst wieder angemacht und nicht eine Minute vorher, weil ich so Angst hatte vor diesem dummen Hasen mit den abgerissenen Ohren und der Kratzwunde im Gesicht und what the hell, ey. Ja, wie gesagt, es ist halt eigentlich auch grenzwertig als Kinderbuch, obwohl es halt auch ein gutes Buch ist, aber ja, die Adaption ist auch dann nochmal. Ist auch eine gute Serie. Oder ein guter Film auch. Genau. Tatsächlich. Ja, oder Ronja Räubertochter ist glaube ich auch sowas, was dann glaube ich häufiger auch so um Weihnachten rumkommt. Früher zumindest. Vor Jahrzehnten. Jahrhundert. Ich habe nie Ronja Räubertochter was von, ich weiß nicht, worum es geht. Also doch, ich weiß, ich weiß, dass die Ronja die Tochter von einem Räuber ist. Ja, wenn du es dir mal angucken willst, schau dir nicht die Ghibli-Verfilmung an, die ist super. Das weiß ich, das weiß ich. Alles, was jetzt mittlerweile von Ghibli kommt, werde ich meiden. Weiß nicht, ob das, da habe ich zu wenig von gesehen, aber auf jeden Fall, die war nicht gut. Naja, hast du diese komische CGI-Geschichte mit dieser Hexe in dieser Rockband gesehen? Ja, sollte man auch nicht. Ähm, das ist einfach, äh, was wäre, wenn Ghibli einen Pixar-Film machen würde? Ja, genau. Kann beide Richtungen gehen, ja. Kann, braucht man nicht wirklich. Wobei ich dieses Bild von Miyazaki angucken wollte, was so raupenbasiert ist. Ja, das ist ja aber auch von Miyazaki. Also so unsympathisch er auch als Mensch ist, ja. Ich hätte ihn nicht gern als Vater. Ähm, aber er, es ist nun mal einfach so, er macht halt die besten Filme so, ne? Sein Sohn ist halt leider, der sollte, der sollte halt versuchen, vielleicht seine eigenen Filme zu machen und nicht Ghibli-Filme. Vielleicht wäre das vielleicht besser dann. Mhm. Wow. Aber wir driften ab. Wobei es gar nicht mal so abgetrifftet ist, weil für viele ist auch Ghibli ein Teil der Weihnachtszeit. Viele Leute hauen sich ihre Ghibli-Collections raus. Und guckten da den einen oder anderen Film an. Da liefen Chihiro und Mononoke damals. Das ist es nämlich, weil letztes Mal hat im letzten Podcast hatten wir es doch davon, dass einer gemeint hatte, ähm, ja, hier, äh, Prinzessin Mononoke war so, kam so in der Weihnachtszeit immer. Deswegen hat er in der Verbindung so Weihnachten und Prinzessin Mononoke im Fernsehen. Das war auch noch so im Kopf, ja. Ja, ja, genau, genau. Und, ähm, auch Chihiro müsste doch in den Dreh gewesen sein, oder? Das war kein Sommerfilm. Also, es war eher ein Weihnachtsfilm, also ein Winterfilm. Ja, wobei ich auch glaube, äh, dass diese, so ähnlich wie auch im Kinoprogramm, halt entsprechend manche Filme halt eher auch Richtung Herbst und Winter gekommen sind, weil halt im Sommer dann auch nicht so viele Leute, glaube ich, geschaut haben, oder? Abseits halt der Kinderschlots. Ja, ich finde halt immer wieder, ich glaube, ich glaube, mittlerweile ist das aber auch ein Stück anders geworden, oder? Also, wenn ich jetzt so was wie Kibetsu no Yaiba sehe, was im Sommer lief, was einfach mal Ghibli abgelaufen hat, von den, äh, von den Zuschauer und Verkaufszahlen und, äh, so, das ist dann halt schon, hat, glaube ich, nichts mehr damit zu tun, dass sie im Sommer besonders viel, äh, weniger Zeit haben als, oder mehr, weniger Lust haben, ins Kino zu gehen als im Winter. Ich glaube, das ist einfach, äh, auch ein bisschen, äh, eine Branding-Sache oder eine Werbesache auch, denke ich. Und es kommt auch dazu, weil mittlerweile ist ja auch so, dass, wenn es gerade Hochsommer ist, eigentlich sich es wieder lohnt, ins Kino zu gehen, weil die klimatisiert sind. Ja, das stimmt. Was früher bestimmt auch nicht so war. Da war es dann halt stickig und warm, also wenn du halt ein paar Dutzend Jahrzehnte zurückgehst. Ja, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch dran erinnern kann, aber ich meine, ich meine, bei uns war das damals auch noch so ein Stück weit, also dass die Klimatisierung nicht so immens war wie heute. Ist ja klar. Und wenn du halt noch länger zurückgehst und dann so mit dem Aufkommen des Kinos ist natürlich noch stärker so. Das stimmt. Und ich glaube, deswegen habe ich das doch so gefestigt. Aber ja, was auch vielleicht so mir gerade noch einfällt, was auch für mich so ein bisschen sowohl auch als Buch als auch als Film weihnachtsmäßig verbunden ist, ist die Brautprinzessin von William Goldman. Oh, das sagt mir irgendwas. Das gab es auch vor Filmung, das ist dann die Braut des Prinzen, glaube ich. Ach, das hat irgendjemand auch im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt. Komischerweise, die Braut des Prinzen sagt mir so gar nichts. Ja, die Brautprinzessin sagt mir was. Das gab es als Film halt und ich weiß nicht, als Film finde ich es okay, aber als Buch finde ich es deutlich besser, weil das auch interessant, so ein bisschen verschachtungsmäßig, wie die unendliche Geschichte ist, dass du so zwei Ebenen hast, die so ineinander spielen. Aber unendliche Geschichte zum Beispiel ist auch irgendwas, was ich wintermäßig assoziiere. Oh ja, stimmt, stimmt. Vor allem der Film, also für mich halt, weil ich dieses Buch gelesen habe, weil ich, also das ist jetzt kein Scherz, weil ich als Kind gedacht habe, das heißt die unendliche Geschichte. Ja, ja. Das ist viel zu lang für mich, das lese ich nicht. Das habe ich wirklich als Kind so, das habe ich so zu meinen Eltern gesagt, dass ich mir die Filme zu Weihnachten wünsche, weil die Bücher, die sind mir zu lang. Das war blöder Titel, den er sich da ausgedacht hat. Kleine René hat gedacht, das sind zu viele Bücher. Naja. Unendlich ist nämlich eine große Zahl, ne? Ja, auch, ich glaube, es hat doch für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, natürlich, aber ich habe es deswegen nicht gelesen. Unendlich ist also eine sehr große Zahl als Kind, ne? Wenn es heißt, was ist größer als 100 und jemand sagt unendlich und was ist größer als 1000, unendlich, das ist jedes Mal, kriegt man natürlich Angst vor der Zahl. Wenn dann jemand die unendliche Geschichte heißt, dann, ich war damals noch nicht kein großer Leser, ich bin es ja heute auch noch nicht wirklich. Also Manga ja, also ich brauche irgendwas dabei, wenn ich aber allein gelassen werde mit einem weißen Hintergrund und Buchstaben, dann verlässt mich mein Gehirn nach einer Zeit. Das ist leider so. Dann muss ich mehrmals eine Seite lesen und das frustriert irgendwann so sehr, dass ich aufhöre. Ich weiß nicht, ob es eine Spur von ADS ist oder ob einfach so, ich glaube ich, ist es so eine visuelle Sache. Würde für dich dann Hörbücher besser funktionieren? Nein, tatsächlich auch nicht, weil ich mag Hörspiele, weil ich mich da irgendwie mehr eingebunden fühle. Bei Hörbücher weiß ich oft nicht, soll ich jetzt nebenbei was machen oder soll ich jetzt einfach nur da sitzen und zuhören. Aber ich will nicht einfach nur da sitzen und zuhören. Das ist irgendwie, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe das als Kind mal gemacht bei Musik-CDs oder so, aber das ist dann auch irgendwann weggekommen und man hat irgendwie versucht, neben dem Zuhören noch was anderes zu machen, zum Beispiel zu schaukeln oder sowas. Ich habe das, glaube ich, ganz schnell irgendwann abgelegt als Kind und ich kann das nicht mehr. Ich muss irgendwas nebenbei machen, wenn es an den Videos Arbeiten ist oder sowas. Also ich sehe da halt auch so eine gewisse Sache, okay, ich könnte jetzt acht Stunden dieses Hörbuch anhören und nichts tun. Könnte die Zeit aber auch nutzen, dabei was, das anzuhören und dabei was für den Kanal zu machen und Dinge, die ich noch in der Pipeline habe, quasi abzuarbeiten. Irgendwie, es ist vielleicht ein Erwachsenen-Ding, dass ich da irgendwie auch drauf an, halt ob du es kannst, weil, ich meine, zum Beispiel Podcasts oder Zeugs hört man ja auch nebenbei an eigentlich. Und wie komplex was geschrieben ist, kann man ja schon durchaus nebenbei noch irgendwas machen. Also ich habe ein H.P. Lovecraft-Hörbuch und die Biografie am Anfang von H.P. Lovecraft fand ich grandios fantastisch. Die war, die war richtig interessant und da habe ich auch wirklich alles von behalten, so ziemlich fast alles, was wichtig ist. Ähm, aber als es dann die, also es war wie so das Intro, die ersten, keine Ahnung, eineinhalb Stunden oder sowas, war nur Biografie von H.P. Lovecraft, was schon mal sehr interessant war. Äh, und dann kam die eigentliche Geschichte mit Cthulhu und ich habe ja, wobei der auch ein bisschen abgeschaltet ist, glaube ich. Ich habe abgeschaltet, total. Aber das, bei Hörbüchern ist auch, glaube ich, immer essentiell auch, welche sprechende Person ist es oder, oder ich meine, es gibt auch Hörbücher, die von mehreren Leuten gelesen sind, aber es gibt auch individuelle Leute, die quasi mehrere Leute lesen können. Ich hätte der Synchronstimme von Johnny Depp stundenlang zuhören können bei dieser Autobiografie. Fantastisch. Leider hat er nicht mehr die Geschichte erzählt, sondern es war jemand anderes. Das kann schon sein. Das funktioniert, glaube ich. Also ich habe das zum Teil zum Beispiel auch gehabt, dass mit manchen Sprecherinnen oder Sprechern ich einfach gar nicht zurechtgekommen bin. Aber, ja. Ich habe eine Sherlock-Holmes-Geschichte zum Beispiel gehört, das wurde von einer Frau gesprochen, die an sich eine gute Stimme hat, aber die war unfassbar monoton. Also die Stimme war gut, das hast du gehört, aber sie hat sich nicht sonderlich abwechslungsreich angehört. Das war wirklich, als hättet ihr jemand, also klar, als würde dir jemand was vorlesen, aber es gibt halt Leute, die lesen vor und geben dem Ganzen ein bisschen Schwung, also Klangfarbe und es gibt Leute, die lesen halt vor und ich brauche Ersteres. Die Letzteren, die schläfern mich irgendwann ein. Das ist wirklich dieses Vortrag in der Schule, ich lese ab. Da, 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 da. Das waren die besten Lehrer, die mit ihrem Buch vor der, vor der Tafel standen und haben das Buch vorgelesen und haben die Kinder nicht angeguckt. Das waren die besten Lehrer, weil das war mit das Langweiligste überhaupt und man hat sich nichts davon behalten. Das war einfach nur, der versucht jetzt einfach die Zeit tot zu schlagen und am Ende müssen wir einen Test drüber machen. Danke dafür. So nach dem Motto, ne? Und dann gab's eben halt Lehrer, die haben das, ja, mit mehr Schwung und mit mehr, vielleicht auch eigener Freude, sag ich mal, vorgelesen und das, das merkt man sich auch ganz anders und das ist, ich glaub, das ist das Hauptproblem, was ich bei Hörbüchern habe, dieses monotone Vorlesen, das funktioniert für mich einfach nicht. Ja, musst halt gucken, ich glaub, es gibt echt viele Sprecher, die das können, ähm, aber egal, aber es gibt bestimmt auch viele Sprecherinnen und Sprecher, die das auch im Weihnachtsbereich können. Nee, ist das vor allem ne schöne Weihnachtsidee auch, ne? Also Hörbücher können auch ne coole Weihnachtsidee sein, da gibt es, äh, eben halt auch mal ein paar schöne, ähm, Angebote auch, was das angeht, äh, wo man vielleicht dem einen oder anderen, der sich noch nicht so ganz sicher ist oder der da vielleicht sehr großer Freund von ist sogar, äh, eine Freude machen kann mit dem einen oder anderen Gutschein, weil, äh, da gibt's mittlerweile sehr schöne Angebote, hab ich jetzt erst neulich genutzt für einen Bekannten, weil der das sehr liebt und, äh, ich da einfach fünf Bücher auf, äh, äh, einen Schlag hatte und gedacht habe, das ist gut. Also fünf per Wahl, wohlbemerkt, ne? Also das ist wichtig. Nicht irgendwelche 0815-Dinger, die so mal raushauen, sondern, ja, da war eben halt Sherlock Holmes und so dabei. Hab ich mir dann auch mal angehört. Fand ich eigentlich ganz spannend. Aber wie gesagt, hab ich auch irgendwann aufgehört. So, das war dann, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht ADS, vielleicht, es ist eine Mischung aus allem. Ich weiß es nicht. Ähm, puh, naja, muss ja nicht. Wie sieht's denn mit Musik bei dir aus? Weihnachtsmusik? Äh, ja. Ist da der Hass? Nee. Spürt da der Hass in dir auf? Nee, nicht wirklich, aber ich versuch's trotzdem, also zumindest die gängigen Dinge versuch ich trotzdem zu vermeiden. Okay, das heißt also, meine Hauptfrage, ist Last Christmas von WAM wirklich so schlimm, wird beantwortet mit, solange ich's nicht hören muss. Ha, toll. Also ja. Nee, ach, ich weiß nicht. Aber das Problem ist ja, glaube ich, dass da ja auch nicht die Qualität des Liedes, sondern die Frequenz oder die Quantität, so, und wenn du halt Sachen die ganze Zeit hörst, so. Also ich glaube, letztes Jahr war das auf der Betriebsfeier so, da lieben dann irgendwelche Weihnachtszieher und es war eigentlich eine ganz gute Mischung. Aber ich hatte zwei Wochen danach zum Teil dann noch Ohrwürmer, die ich nicht rausgekriegt habe, so und dann, ja, muss nicht sein. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Ja, das ist, ja. Das ist aber noch wenigstens Qualität hier da. Ja gut, wenn der Rolf Zukowski am Werk ist, dann kommen da nur Musik-Oscars bei raus. Ähm, du, es gibt, äh, aber ich frage mich ja immer so, es gibt ja aber auch, also fernab, dass es jetzt ein Weihnachtssong ist, ne, aber was ich halt zum Beispiel, vielleicht liegt es auch an meinen Brüdern, ich weiß es nicht, ähm, was ich halt so fantastisch finde bei so Weihnachtssongs, sind halt vor allem die, die von damals, so aus dir, äh, aus einem, ja, vergangenen Amerika, kann man sagen, hier so wie, äh, Frank Sinatra oder sowas, ja, weil ich finde einfach so, die Art, die Musik, die Art der Musik ist einfach etwas, was mich auch total anspricht und das hat immer auch so einen gewissen, das hat einfach was, finde ich so, das ist, äh, das muss nicht mal jetzt ein Weihnachtssong sein, aber er passt einfach auch wunderbar dazu, so der, er fängt diese Stimmung einfach wunderbar auf. Aber das ist halt, glaube ich, genau das Gleiche wie bei den Filmen, wenn du Leute hast, die das machen und wissen und können, was sie machen und das, dann funktioniert es halt, weil du schon die guten Grundzutaten haben und selbst wenn er ein bisschen schmalzig oder was auch immer ist, dann, dann ist es im Gesamtpaket nicht so schwerwiegend, äh, sondern dann passt es irgendwie trotzdem, aber wenn du halt nur hast, okay, wir brauchen irgendwas Weihnachten, wen machen wir oder was auch immer, dann wird halt zusammengepanscht und dann, weiß nicht, klebst dir in den Ohren oder in den Augen und, ja, du wirst direkt wirst du so, ja. Also, also wir machen hier ja einen Weihnachtspodcast und das hat ja was mit Qualität zu tun. Ich würde niemals sagen, dass der Weihnachtssong, der letzte Song von der Deutschland sucht den Superstar-CD, äh, der ein guter Weihnachtssong ist, ne? Also, nur weil es mit Weihnachten zu tun hat, ist es kein, muss es nicht zwangsweise heißen, dass es ein guter Song ist. Das ist halt auch genau das, was du sagst, dieses, oh, wir brauchen jetzt noch den Weihnachtssong, wir hauen da jetzt irgendeinen raus, den bezahlen wir, der komponiert irgendwas, der macht ein bisschen Glocken, der macht ein bisschen und ein bisschen Ding, Dong, Dong und so weiter und dann, äh, kommen da fünf Leute von DSDS und singen und wir haben einen Weihnachtssong. Nee, so funktioniert das für mich auch nicht. Das muss eine gewisse Magie einfach haben, so, ne? Das, und diese Magie entsteht dadurch, dass es halt eine gewisse Grundqualität hat. Und am besten das ist mir persönlich schon wichtig. Und eine Grundidee, natürlich, Und dann kannst du vielleicht auch andere Sachen ersetzen, aber, ja, es ist halt, ja, dann ist halt die Grundidee, wir wollen viele, äh, Tonträger verkaufen und das funktioniert dann vielleicht, aber das ist halt nicht die Grundidee, die ich mir dann nachher anhören oder sehen will. Und vor allem ist es nicht die, ist es halt auch überhaupt nichts, was man eigentlich mit Weihnachten assoziieren würde, ne? Das ist eigentlich genau das, was jetzt halt eben die Geister, die ich rief, kommen würde. Irgend so ein Typ, der sagt, ist mir scheißegal, Weihnachten geht, ist mir Wumpe, ich will einfach nur fett Kohle machen mit diesem Track, ist mir doch scheißegal, was die singen, zieh dir ein paar lustige Hüter auf, äh, dass die ein paar Weihnachts-Songs trellern und die Kasse rollt. Das ist genau das, das ist ja genau das, was, äh, viele ja auch machen in dem Bereich, ne? Dass sie einfach sagen, oh, Weihnachtszeit, jetzt kacken wir noch schnell was raus, so. Irgendjemand wird den Dünnschiss bestimmt mögen und, ich meine, gibt's genug? Wahrscheinlich, weil sonst würde es das nicht jedes Jahr aufs Erneute geben, diese Art von Songs und vielleicht ist es auch so eine Querfinanzierung, dann haust du zehn Lieder raus und drei funktionieren und die, äh, finanzieren die anderen mit oder so. Alles, alles, alles möglich. Alles möglich. Wobei er hat immer wieder die gleichen Songs auf einer CD oftmals zu finden sind mittlerweile, ne? Jedes Jahr gibt's neue Weihnachts-Algen. Dann wahrscheinlich so ein, äh, Firmengeschäft, Geschenk oder so. Hier Weihnachts-CD, Flasche Wein und gut ist, gute Weihnachts-Album. Das, äh, hast du eins vom Geschäft, weil du so drüber sprichst? Nee, nee. Okay. Aber mir kam diese, äh, Weihnachts-Adventskalender, die eigentlich auch häufig verschenkt werden mit so Schokoladendingern drin in den Zinn und ich dachte ja, eigentlich ist das halt der nächste Schritt. Ja, ja, genau so. Hey, wir haben euch gern, wir haben bei so einer Marketingfirma unser Logo auf den Weihnachtskalender kleben lassen und, äh, herzlichen Glückwunsch. Nee. Aber Weihnachts-Geld gibt's keins. Äh, Story of my life. Ähm, so, was haben wir denn dann noch? Über den Kindes gibt es noch was. Ähm, ja, ich würd sagen, wir sind, denk ich mal, auch so fast am Ende, wobei, ja, doch, ich denke, wir haben schon viel besprochen, aber eine super wichtige Frage gibt's natürlich noch und ich denke, du weißt die, wenn du schon, das Gefühl, wenn, ich hab das Gefühl, du hast schon mal einen Podcast gehört und dann weißt du natürlich die Frage, die jetzt kommt, aber das ist die mit wichtigste überhaupt. Ähm, könntest du dir vorstellen, an Weihnachten Kentucky Fried Chicken als Festmahl zu haben? Hm, das Problem ist, äh, dass ich, ich glaube, einmal in meinem Leben Kentucky Fried Chicken gegessen habe. Okay. und auch sonst eher nicht so viel Fastfood bin, dementsprechend eigentlich nein, aber ich glaube, wenn du mir zum Beispiel, ähm, selber gemachte Karage, also, ja, mehr oder weniger präsentierst, würde ich das essen? Also, das hatte ich zumindest auch schon mal an Silvester gegessen und Weihnachten ist mir auch. Ja, okay, also, das würde ich halt, ja, natürlich, also, das ist aber auch ein Vergleich. Also, ich brauch keinen Truthahn oder keine Gans, mir würde auch Hütchen reichen oder, egal, ich glaube, da ist mir wichtiger, dass es schmeckt, ich, dann könnte ich auch was Veganes oder wie auch immer, solange die Sachen, äh, gut sind, esse ich die, aber ich weiß nicht, für mich ist halt Kentucky Fried Chicken da eher nicht so nah dran. Ich bin halt immer wieder faszinierend, wie das in Japan abläuft. Und Erdbeertorten. Ja, diese, diese, diese Package, was die da bekommen. Wobei ich diese Erdbeertorten würde ich tatsächlich eher probieren wollen. Diese viereckigen? Ja, mit so einer kleinen, eingeschnittenen, ich, ich denke schon, dass da, ich meine, das ist Japan, ich denke schon, dass da eine gewisse Qualität dahinter steckt. Ich würde, ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, warst du auch schon in Japan? Äh, nee, noch nicht, aber da wir japanische Freunde haben, haben wir relativ viel Zeug schon gemopft. Ah, weil, weil es, mir geht es vor allem darum, dass, ähm, man kann das Fastfood-Four-Year auch nicht mit dem Fastfood in Japan vergleichen. Selbst sowas wie, so ein Burger King oder ein, 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 ein McDonald's ist in Japan ein ganz anderer, ein ganz anderes Ding. Also, wenn du dir allein die Burger anguckst, ja, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Also, ich sag's immer wieder, ich hab halt, ähm, du kennst diese Werbebilder von Burger King und McDonald's und so und du weißt ja, wie die, die du dann bestellst, wie die so lecker aussehen und groß und so, wie die dann aussehen, wenn du sie letzten Endes in der Hand hast, ne, zusammengedrückt, klein, irgendwie, halt, so. Ähm, und in Japan sehen die halt so aus, wie du sie in der Werbung kennst. Also, ist halt wirklich, das hat mich so fertig gemacht, dass die tatsächlich mal aussehen, so wie in der Werbung und nicht die Werbung besser aussieht als alles andere. Aber ich glaube, das liegt ja auch daran, dass Japan halt diese ausländischen Franchise eher was höherwertiges auch angesehen werden und bei uns ist ja McDonald's und Burger King und wie auch immer, ähm, ja, eher niederpreisig und dann auch qualitativ. also zum Beispiel in Berlin hat es ja einen Haufen guter Bürgerläden, die dann tatsächlich auch so, ja, fotografierbare Bürger dir präsentieren in allen Geschmacksrichtungen. Ja, ja, was auch immer. Und klar, je nachdem halt, wie viel die Kunden bereit sind zu zahlen und was du für ein Image hast, passt du dich da halt an. Aber, ja, ich kann verstehen, dass du da bessere Qualität dir wünschen würdest. Ich gehe halt dann einfach woanders hin. Ja, nee, das ist, nee, das war jetzt, also, ich gehe dann, ich gehe logischerweise auch eher weniger dahin, ähm, aber es ging mir nur darum, dass ich einfach entsetzt war. Ich war entsetzt, dass etwas, was man normalerweise erwarten würde, also, dass man von der Werbung nichts, ja, dass man von der Werbung mal nicht verarscht wird, verstehst du? Ich finde das irgendwie fast schon ein bisschen gruselig, dass man schon eigentlich im Standard davon ausgeht, dass die Werbung wahrscheinlich das bessere Produkt ist als das, was man dann letzten Endes bekommt und dass Leute damit mittlerweile einfach sich, ja, dass Leute das mittlerweile einfach so hinnehmen. Das hat mich dann halt in Japan so vom Stuhl gerissen, als ich nicht von der Werbung verarscht wurde. Das war so, wie ich gedacht habe, Mensch, wenn das überall auf der Welt wäre, dann wäre, ich glaube, dann gäbe es Weltfrieden. Aber der Punkt ist, glaube ich, auch, weißt du, wie bei uns ja die Werbungssachen produziert werden, bis dann dieses Foto zustande kommt, weil die benutzen Produkt, aber dann halt auch noch alles mögliche andere. Ja, Knie und Haarsprache und was auch immer. Und in Japan hast du ja auch diese quasi plastisch geformten kleinen Essensdinger überall auch bei den Restaurants vorne dran. In Japan gibt es auch nicht nur gute Sachen, aber in Entsprechung schon quasi das Produkt, was du dann nachher kriegst. Und das ist, glaube ich, von der Orientierung her schon anders. Aber ja, das liegt halt auch wieder daran, dass die Deutschen nicht bereit sind, für gutes Essen Geld auszugeben im Durchschnitt. Das ist so traurig. Ja, ich glaube, bei uns ist es irgendwie so um die 10 Prozent oder 12, die man vom Lohn ausgibt und in Japan ist es halt über 20 und in Frankreich auch. Also es ist halt auch einfach dann anders. Ich würde so gerne, ich weiß es, weißt du, mein Leben wäre viel besser als jemand, der einfach eine Nulpe ist im Kochen. Mein Leben wäre so viel besser, wenn Fertigprodukte halt einfach ein gewisses Niveau hätten. Das würde mich so viel glücklicher machen. Das Problem ist bloß, dass wenn ich koche, dass es meistens schlechter ist als das, was oben im Gefrierfach ist und dann, ja, das ist ein Jammer. Deswegen ist Japan fantastisch, was da sein kann. Du musst einfach irgendwo hinziehen, wo du gute gastronomische Versorgung drumherum hast. Du meinst also nicht in einen Kaff. Ja, wahrscheinlich. Oder wenn in einem Kaff musst du halt einfach irgendwie dich dafür stark machen, dass links und rechts von dir irgendwie dein guter Imbiss oder was auch machen. Ich bin dafür, das nehmt mir. Ganz zufällig. Ich hab da so eine Idee, die und die Straße, die und die Hausnummer. Was ist das neben? Ja, das ist nur Zufall. Da ist grad was frei geworden. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, Kentucky Fried Chicken ist halt echt ein Phänomen. Ich find das irgendwie, es ist absurd, es ist lustig, aber es ist auch gleichzeitig so faszinierend, weil viele Japaner das auch sehr ernst nehmen. Das ist für die was Besonderes. Also, ne? Wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Japaner hier nach Deutschland zieht und realisiert, dass es bei uns nicht so viele Kentucky Fried Chicken gibt, vor allem nicht in jeder Umgebung und dass die an dem Tag auch nicht wirklich liefern oder sowas. Ja, und auch nicht so spezial, sonderexklusive Produkte haben. Ja, genau. Und die da normales Weihnachtsfest haben mit Gans oder sowas, das ist natürlich, wahrscheinlich würden die jetzt auch sich nicht unbedingt beschweren, aber es ist doch schon so ein Ding, wo die sagen, okay, da fehlt mir irgendwas und das ist irgendwie lustig. Wobei du ja auch bei uns auch Schwierigkeiten hast, glaube ich, so ganz traditionelle Weihnachtsessen auszumachen. Ich mein, es reicht ja von Kartoffelsalat mit Würstchen hin zu Gans, zu irgendwie Brot mit Fisch, einfach nur. Also das ist ja echt ein breites Spektrum. Das wollte ich noch sagen und das fand ich zum Beispiel, fand ich in Belgien immer gemütlicher, weil da dauert's Essen halt, ist es eher so Richtung französische Küche orientiert und dementsprechend hast du halt viele Gänge, du fängst an mit irgendwelchen Snack-Teilen, irgendwie so kleine Käsetaschen oder sowas, gibt's vor Speise, Hauptgericht, Nachtisch, dann danach noch irgendwas und so und dann sitzt sitzen halt auch alle da und plaudern und was auch immer und das ist nicht nur so ein kurzer Imbiss zwischendurch, sondern das zieht sich schon so irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden, fünf Stunden oder so und dann ist nochmal die Stimmung und so auch nochmal was ganz anderes, als wenn du halt einfach Essen als Station kurz vorm Geschenke auspacken hast, so oder danach. Okay. Okay. Ja, okay. Ja, 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 ich, ich sehe, was du meinst. Ja. Aber ja, wahrscheinlich variiert das ja auch dann nochmal von Familie zu Familie. Ja, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke auch. Ich denke auch. Ähm, hm. Hast du irgendwas, was für dich essensmäßig unbedingt zu Weihnachten gehört, was du quasi irgendwann, weil hier ist ja auch so, dass du, klar, gibt es irgendwie Weihnachtsgebäckssachen und Waren schon irgendwie ab September, aber gibt es für dich irgendwas, auf das du dich eigentlich freust oder und jährlich konsumierst, dann? Ja. Ja, definitiv. Ähm, da gibt es im Grunde drei Dinge. Ähm, also zum einen an der Weihnachtszeit, also die Heiligabend, ist es mir im Grunde egal, was es gibt. Also ich esse da alles. Das ist bei uns auch nie was Festes, sondern das variiert immer mal wieder. Ähm, aber was es halt immer gibt, ist, ähm, gebratene Apfel mit, äh, Vanille. Ähm, Soße. Das ist etwas. Ich bin nicht der größte Freund davon, ehrlich gesagt. Das ist so ein, so was, wo ich sage, das schmeckt okay, aber es reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ähm, aber dadurch, dass es einfach dazu gehört zu Weihnachten, liebe ich es. Also es ist ein bisschen verrückt, aber, ähm, Es gibt es halt dann einmal, oder? Genau, das muss irgendwie einmal im Jahr dann für mich auf jeden Fall safe sein, auch wenn ich mich jetzt nicht drum schlagen würde, so außerhalb. Aber irgendwie an Heiligabend muss es das auf jeden Fall sein oder am ersten Weihnachtstag. Ein, den, in den zwei Tagen muss es auf jeden Fall sein. Ansonsten ist es Weihnachtsfest um zehn Prozent in meiner Gunst gesunken. Ähm, dann kommt noch hinzu, das liegt eben halt an Weihnachtsmarkterfahrungen, dass ich Met mittlerweile sehr liebe in der Weihnachtszeit, also heißen, vor allem heißen, heißen Honigwein, in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, ist mir völlig egal, ich liebe da alles dran. Ähm, und vor allem, wenn man noch so eine kleine Zimtnote mit reinpackt, das ist fantastisch. Ähm, das ist für mich halt auch mittlerweile so ein Weihnachtsgetränk geworden. Es ist streng genommen keins, da ist eher Glühwein die Sache, aber wenn der Glühweinstand halt irgendwann mal zu voll war, habe ich den mutigen Schritt gemacht und bin zu den Bienenwaben und, äh, Honigkerzen gegangen und habe gesehen, ah, da gibt es Met, den man trinken kann. Und dann habe ich den ausprobiert und seitdem ist das für mich eine, ja, eine Brücke, die ich da schlage, zwischen Weihnachten und, äh, Honigwein. Das gehört da auf jeden Fall auch dazu und ich bin froh, dass an diesem einen glorreichen Tag der Glühweinstand so voll war. Ich würde auf jeden Fall auch Met, äh, Glühwein vorziehen. Ja, auf jeden Fall, auf, nee, also im Gesamt auch. Es ist, es schmeckt einfach besser für mich. Ähm, und dann halt etwas, was ich, ja, wo ich ziemlich mit alleine da stehe, weil es wohl sehr eine regionale Sache ist, beziehungsweise nicht mal regional, sondern örtlich kann man fast schon sagen, Langosch. Langosch ist bei uns, gibt es einen Stand? Findest du, das ist regional? Also ich kenne das zumindest von Weihnachtsmärkten, kenne ich das auch. Kennst du das auch? Nee, weil ich habe, ich habe eben halt anderes gehört. Ich habe halt gehört, dass viele Leute das eben nicht haben. Und, ähm, deswegen, ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen Stand irgendwo immer mal wieder in Deutschland gibt, ne? Aber ob das die jetzt in jedem Weihnachtsmarkt ist, wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, sonst hätte ich anderes gehört. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das eher so ein bisschen was bei uns ist. Aus Stuttgart und aus Berlin kann ich auf jeden Fall sagen, da gab es das. Hm. Naja. Okay. Aber ja, je nachdem. Wie gesagt, aber auf jeden Fall, das verbinde ich total auch mit, aber auch nicht den Süßen, damit kannst du mich jagen. Das ist, das muss Knoblauch und Reibekäse sein. Ja. Ähm, alles andere brauchst du mir gar nicht erst kommen. Nutella kann ich auch zu Hause essen, das brauche ich da auch nicht drauf schmieren, ne? Das ist, äh, ich sowieso, ich kaufe mir meistens, wenn ich außerhalb bin, Dinge, die ich nicht zu Hause machen kann. Naja. Ich glaube, für mich ist Apfelpuffer, äh, Kartoffelpuffer mit Apfelmus so rum, äh, auch so eine Sache. Das ist bei meinem Bruder so, ja, das ist bei meinem Bruder so, das hat er als Kind gegessen, immer zu der Weihnachtszeit und deswegen ist das auch heute noch in der Weihnachtszeit. Ja, das ist halt auch was, was ich finde, das kann man natürlich auch zu Hause machen, aber das ist so ein Aufwand und so viel Fett und wenn du einfach dann kurz irgendwo hingehst und dir holen kannst, ist das eigentlich halt bequemer. Eben. Außer der Teller reicht dann so durch, dieses Plast, äh, der Papp-Ding, das dann wieder die Ikea-Seite. Ja, aber dafür müssen die die Küche danach sauber machen und nicht du. Naja. Und das, und das Fett weg, weg, weg machen. Äh, oder beziehungsweise zwanghaft irgendwie in zukünftiges Essen benutzen, das ist ja dann auch immer so die Geschichte, weshalb ich eigentlich nahezu nix mit groß Fett mache, weil ich nämlich nie weiß, wann nutze ich das nochmal. Naja. Ja, ich finde es schade, früher gab es bei einem Kino, bei dem ich häufiger war, das gibt es, das Kino gibt es aber jetzt nicht mehr, die hatten im Advent eigentlich immer Zimt-Popcorn und das war auch super lecker. Wenn man Popcorn mag, ne? Ja, natürlich. Aber das war dann halt echt, du hattest echt dann auch so, wenn du schon allein vorbeigelaufen bist, hast du so Weihnachtsgeruch, gell, einfach alles so Zimt und Popcorn wäre so eine tolle Sache, wenn es dir nicht teilweise den kompletten Mund-Innenraum aufschneiden würde. Oder du genüsslich auf so ein Ding beißt und dann auf einmal merkst, dass ein Stück Zahn fehlt, weil der Kern ein bisschen zu stark war. So Sachen, es ist eine gute Sache, die nicht ganz gut durchdacht ist, finde ich. Ich finde irgendwie, du leidest freiwillig wegen dem Genuss. Wobei das bei Natchos und Chips ja auch, also zumindest mit dem Gaumen aufschneiden ja auch mitunter vorkommt. Gaumen aufschneiden, das ist sowieso so eine Sache. Das machen viele einfach aus Gründen des Genusses. Da sagt man sich halt, ich weiß, das wird jetzt wieder wehtun, aber ist vielleicht wie so Weihnachtssachen, für Leute, wenn sie ins Kino gehen. Sie sagen halt, das gehört für mich dazu. Ich brauche Popcorn einfach. Das ist so ein Ding, das gehört dazu und das möchte ich nicht missen. Und so ist es ja auch irgendwo mit Weihnachten oder mit Dingen, die mit Weihnachten zu tun hat. Man sucht sich immer irgendwas aus, wo man sagt, das gehört jetzt dazu, das ist für mich jetzt ein Ritual oder irgendwie wie so ein innerlicher Zwang, der kein Zwang ist, aber man hat einfach damit irgendwie so eine Assoziation, dass man sagt, das wäre jetzt cool, weil das gehört für mich irgendwie dazu. Das ist ja bei Weihnachten auch nicht unbedingt viel anders. Aber wenn ich so zurückdenke, glaube ich, bin ich, habe ich früher auch, wenn ich ins Kino bin, also am Anfang in der Zeit, als ich ins Kino bin, wirklich viel mehr Sachen gegessen und getrunken nebenbei, als ich es jetzt tun würde. Einfach, weil sowohl Karten als auch die ganze Verpflegung so viel teurer geworden ist in den letzten 15 Jahren. Das stimmt. Weil früher hast du keine Ahnung, da hast du umgerechnet irgendwie so oder auch nicht umgerechnet 5 Euro oder 4 Euro für die Karte gezahlt und dann 2,50 für Popcorn und nochmal 2 Euro für die Cola. Und das zahlst du jetzt ja nicht mal für ein Ticket. Das ist wahr. Aber muss man halt auch dazu sagen, alles muss ja größer, besser, qualitativer, also von Produktionsvalue und Schauspieler verlangen auch mehr und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Streaming-Dienste, die halt wahrscheinlich auch nochmal Zeugs abziehen. Aber dafür können wir da jetzt die Weihnachtsfilme gucken. Ja, ich muss sagen, ich bin positiv. Also ich, ohne Streaming-Dienste hätte ich niemals wahrscheinlich in meinem Leben nochmal Santa Claus angeguckt, geschweige denn alle drei Teile. Die Trilogie. Alter, ne? Scheiß auf Herr der Ringe, hey. Ich hab hier Santa Claus von Walt Disney, beste Trilogie, sollte man sich angucken. Nee, ähm, aber schön war's auf jeden Fall. Es hat mir wieder mal eine Freude gemacht. Pippi. Ähm, dir hoffentlich auch. Doch, doch. Ho, ho, ho. Ho, ho. Oh Gott. Das war der letzte Podcast, das, äh, das letzte Mal, ich zetate mein Podcast. Ich weiß nicht, ob es nochmal nächstes Jahr ein Revival gibt, weil, ich glaube, was soll man denn noch groß zu sagen, ne? Also es ist, wurde alles gesagt aus mehreren Sichtpunkten. Vielleicht hab ich nächstes Weihnachten mehr Freunde, kann ja sein, äh, oder mit mehr Leuten, mit denen ich da was, äh, unternehmen kann. Dann vielleicht nochmal, aber vorerst war's das. Ähm, ich hoffe euch da draußen, ja? Übernächstes Jahr einen Oster-Podcast mach. Einen Oster-Podcast, weil ich hab, mh, also ich mag den Osterhasen, der bemalt Eier, das find ich seltsam. Wer sich auch immer das ausgedacht hat, hat bestimmt auch vielleicht den einen oder anderen Joint zu viel genommen. Und, äh, ja, ich hab ehrlich gesagt nie gewusst, bis mich eine gewisse Deutsch-Japanerin aufgeklärt hat. Mich hat eine Deutsch-Japanerin aufgeklärt. Warum, warum an Ostern dieses Eierding so ein Thema ist. Ich hab das nicht gewusst. Daran erkennt man, wie toll ich doch im Bereich Religion unterwegs bin, nämlich gar nicht, weil's mich null interessiert und ich damit auch null Assoziationen hab. Es ist, äh, großartig. Wenn mir jemand, der frisch aus einem anderen Land hierher kommt und quasi hier die Prinzipien und Regeln und, was weiß ich, so mitbekommt, mich aufklärt, warum Ostern eigentlich Ostern ist, dann wird's gruselig. Aber das hab ich zum Glück bei, äh, Weihnachten nicht. Da weiß ich's, warum es so ist. Aber es ist mir auch egal, weil mein Weihnachtsmythos ist, der dicke Mann, im Outfit, der aus irgendeinem Grund es schafft, Schornsteine runter zu rutschen. Warum auch immer er das tut, ihr könnt auch einfach, weiß nicht, wie so ein Vampir fragen, ob er durch die Tür kann oder so. Aber er macht das nicht. Und, ähm, ich find's einfach schön. Ich mag die Zeit, ich mag den Mythos, ich mag, mag alles so ein bisschen dran. Ich bin einfach ein glücklicherer Mensch in der Zeit. Wahrscheinlich, weil alles so ein bisschen auf mich wirkt. Vielleicht auch Kindheit, Nostalgie, ich weiß es nicht. Aber euch da draußen wird's wahrscheinlich eh nicht gehen, weil sonst hättet ihr das wahrscheinlich nicht bis, äh, komplett alles angehört. Und dafür, wie gesagt, nochmal fetten, fetten Dank an euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, ähm, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder mit Itzodate MyPodcast. Aber für dieses Jahr war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes. Es hat mal weniger mit Anime-Manga zu tun. Ich denke, davon haben wir mehr als genug auf Mesa-Manga. Und, ähm, ich dachte, ich mach mal was. Für mich. War mal ein bisschen egoistisch. Aber, ähm, ich mein, wie oft spricht man schon über das Thema so in der Ausführlichkeit? Wusstest du, also, dass die Lichterketten erst nach dem Toten Sonntag aufgehängt werden? Das ist mir egal. So, in diesem Sinne. Nee, wusste ich nicht. Aber, äh, das ist, äh, das ist mir egal. Das sind nicht meine Regeln. Meine Regeln hat Coca-Cola entworfen. Wobei es ja streng genommen ja nicht mal stimmt. Aber egal. Ähm, in diesem Sinne gehabt euch wohl. Ich bin euer René von der Mesa-Manga und, ähm, ja, wenn ihr Mesa-Manga unterstützen wollt oder auch andere Videos und Podcasts und so weiter anschauen wollt, anhören wollt, gibt es unten in der Videobeschreibung jede Menge Infos dazu. Bis dahin und ich sage wieder einmal Tschau. Bye-bye. Ho, 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 ho. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020